Moin zusammen, da sind wir mal wieder. Ich hoffe, wir können mich alle gut verstehen. Falls das nicht so sein sollte oder irgendwelche Soundprobleme auftreten, sagt einfach Bescheid. Dafür machen wir das Ganze ja hier, dass wir am Anfang mal ein bisschen gucken, ob alles funktioniert. Müsste aber eigentlich zumindest so von der Anzeige her, die die OBS mir gibt. Scheint das doch alles ganz gut zu sein. So Moin Moin schon mal an all die Leute, die schon dabei sind und schon zuschauen. Im Hintergrund startet gerade der MSFS und sobald der soweit ist, können wir uns dann langsam aber sicher auf den Weg machen. Was ich noch mal kurz gucken wollte ist, wie das hier aussieht mit Route beziehungsweise ob da irgendwas online ist, denn wir fliegen ja nun gleich online auf Wetzem. Das sieht aber ehrlicherweise nicht so aus. Da ist weit und breit absolut nichts. Ich lasse das trotzdem mal offen, kann ja sein, dass dann auch irgendjemand online kommt. So. Während der MSFS mal wieder seine langen Ladezeiten ausspielen, mache ich schon mal weiter hier und gebe schon mal eine Route ein. Denn wir haben ja einen ersten Flug. Den fliegen wir heute mit der Fokka 28. Wir können natürlich auch gerne einen zweiten Flug mit der Fokka 28 fliegen oder mit irgendeinem anderen Flugzeug. Je nachdem, was ihr gerne sehen wollt. Jetzt hat sich YouTube auch mal gefangen. Zeigt mir an, dass der Stream live ist. Ich hoffe, ich habe nicht die ganze Zeit irgendeinen Quatsch geredet, beziehungsweise die ganze Zeit geredet, ohne dass überhaupt einer zugehört hat. So. Fokka 28. Wo bist du denn? Da bist du. Ja, so wirklich viele Wegpunkte gibt es da nicht. Ist aber auch ein kurzer Flug. Von daher lassen wir das mal so, wie es ist. Bodensee Schwabe und Rainer Vogt. Ihr beiden wart gerade eben schon mit dabei. Ich könnte ja nochmal den Discord starten, wenn meine Tastatur nicht so weit weg wäre. Boah, 15 Updates. Jedes Mal aufs Neue. Discord, was tust du denn da? Ja, ich kann das ja schon mal zeigen hier. Moment. Also das, was hier gerade im Hintergrund passiert, das ist das da. Also eigentlich nichts. Ist halt ein Ladescreen. Ach, ganz ehrlich. Muss man sich auch nicht angucken. Deswegen lasse ich das meistens halt hier auf dem Vorschaubild. Das sieht schöner aus als der Ladescreen. So. Melden wir uns da mal eben an. Warum kriege ich jetzt E-Mails? Jetzt hat es nochmal im Discord hier funktioniert. Falls irgendjemand dann dazukommen möchte, denn es geht gleich los. Knuspergeeks, Matramagic, keine Bratwurst und Maximilian B. Moin. Schön, dass ihr zuschaut. Während der MSFS im Hintergrund immer noch lädt. Ist jetzt mit dem Ladebalken unter diesem dritten Bild angekommen. Gucken wir mal, was er heute noch schafft. Wir machen uns dann heute auf den Weg zuerst von Port Vila nach Lanoumea. Das ist im östlichen Südpazifik. Ne, im westlichen Südpazifik. Da habe ich kurz die Ortschaften durcheinander gekriegt. Von da aus fliegen wir weiter nach Australien. Und zwar nach Yankee Hotel Bravo Alpha. Ich habe leider schon wieder vergessen, wie dieser Airport hieß. Es gab für zwei dieser Airports Freeway-Szenerien. Für nämlich den ersten November Triple Victor und den dritten Yankee Hotel Bravo Alpha. Für den in der Mitte hätte es eine Payware gegeben. Habe ich mir aber nicht geholt. Das heißt, wir fliegen da jetzt heute mit Standard-Szenerie hin. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern ich da überhaupt mal wieder hinkomme. Deswegen war es für mich jetzt einfach nicht unbedingt nötig, da eine Payware-Szenerie zu holen. Von daher habe ich mir da jetzt keine Scenerie geholt. Wir fliegen da heute dann einfach mit der Standard-Szenerie hin. Und gucken mal, wie das dann da so aussieht. So, und jetzt muss ich meine Mäuse richtig hier konfigurieren. Beziehungsweise gucken, dass ich hier durchkomme. Und dann gucken wir einfach mal, was hier so los ist. Nämlich der MSFS, der hat geladen. Hier seht ihr ihn. Und wir werden heute fliegen mit der Fokka 28-3000. Ich wollte euch aber noch mal ganz kurz zeigen, was man hier von JustFlight eigentlich so bekommt. Denn auch in diesem Fall gilt, die Fokka 28 ist mir von JustFlight zur Verfügung gestellt worden. Damit ich damit so ein bisschen Content produziere. So ein bisschen Streams mache und so. Und euch zeige, wie der Flieger so ist. Auch mal meine Meinung dazu kundtue. Und damit ihr sehen könnt, was das eigentlich ist für ein Flieger. Und was ihr hier seht, ist ganz einfach. Ihr kriegt vier Versionen. Einmal die Fokka 28-1000 und 2000. Das ist die etwas ältere Variante mit einem kleineren Flügel und der etwas kleineren Reichweite. Und dann gibt es hier noch mal die beiden da. Das ist die Fokka 28-3000 und die Fokka 28-4000. Die kleinere Nummer ist immer die etwas kleinere Version. Das heißt, die hat einen etwas kleineren Rumpf. Da passen weniger Leute rein. Und die mit der etwas größeren Nummer ist dann immer die mit dem etwas größeren Rumpf. Da passen also ein paar mehr Leute rein. Von den Tragflächentriebwerken und so weiter sind die aber gleich. Man sieht es auch hier so an der Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Von daher ist das nicht weiter wild. Und wir nehmen heute den schönen Flieger hier. Und zwar in einer der mitgelieferten Lackierungen. Da haben wir hier einmal von NSET Australia. Ich hätte auch eine andere nehmen können. Dann hätte ich aber eine andere Version nehmen können. Deswegen lassen wir das jetzt hier. NSET Australia. Das ist jetzt heute so unser Flugzeug der Wahl. Beladen tun wir das Ding gleich über den Manager von JustFlight. Gucken wir uns gleich an. Machen wir das mal eben zu. Wir werden hier natürlich nicht in der Nacht fliegen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust zu. Sondern wir wollen ja so ein bisschen die Landschaft beobachten. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz schön, wenn ich hier Tag einstelle. Aber das machen wir gleich. Denn als allererstes suchen wir das hier mal eben raus. Das ist November Victor 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 Bauerfield. Genau, das ist der erste Airport, von dem wir fliegen. Wenn ihr euch fragt, warum ich solche Airpods ausgewählt habe, ist es eigentlich ganz einfach. Denn das sind schicke südpazifische Flughäfen. Man hat einiges an Szenerie, was man sich da angucken kann. Das ist eigentlich ganz schön da unten. Und ich bin da im Rahmen von der Tour hingeflogen. Das ist so eine Wetzel-Tour. Die deutsche Division hat da ja so eine Website, wo sie ganz viele Touren anbieten. Und die eine davon ist die, ich meine, South Pacific Tour oder so ähnlich heißt die. Kann ich mal eben nachgucken. Das kann ich euch mal eben zeigen. Das ist hier. Könnt ihr das sehen? Das ist jetzt eine gute Frage. Hören wir mal eben in OBS gucken. Vor allen Dingen, ich glaube, ich mache mal eben, während ich rede, so ein bisschen Hintergrundmusik an. So, eventuell könnte das jetzt ein bisschen laut sein. Ich hoffe aber nicht. Na doch, das geht ja eigentlich. So, also grüne Pizza. Moin. Was ich euch zeigen wollte, war die Website, wo es halt diese Touren gibt. Das ist diese hier. Ne, da kann man gucken. Und warum mache ich das jetzt wieder weg? Auch dumm. Genau, South Pacific Tour. Das ist diese hier. Dann scrollt man hier runter, dann kann man sich das angucken. Und hier gibt es halt so ein paar Airports zum Beispiel, die da ganz in der Nähe sind. Das fand ich eigentlich ganz schick, weil das halt schöne Airports sind, weil die Szenerie da ganz schön ist. Da kann man halt ein bisschen was sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann man das ja auch nochmal im Stream machen. Zumal man eine Livery hatte und ein schickes Flugzeug dafür. Warum also nicht? Und deswegen machen wir das doch heute einfach mal. Aber ihr habt da nichts gegen. Ich denke aber eigentlich nicht. Kann man auch mal ein Joystick hinstellen. So. Gut. Wir wollen ja nun nicht eben im Dunkeln fliegen. Das heißt, ich stelle hier mal eben. Wobei, das muss ich gar nicht so machen. Das kriege ich hier unten. Tag ein. Wir können ja morgens irgendwie so hier so schön in der Morgendämmerung fliegen. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie man hier Flugpläne importieren kann. Angeblich geht das ja irgendwie, dass man hier seine Flugpläne so importiert, dass man die per Simbrief erstellt. Ich habe allerdings keinen Importieren-Button gefunden. Das war etwas nervig. Weil es ist, wenn du jetzt mit Luftstraßen unterwegs bist, weil die Vorkai nur ein GPS hat, etwas komplizierter Luftstraßen einzugeben. Oder anders formuliert, es geht nicht. Kann da keine Luftstraßen eingeben, sondern nur Wegpunkte. Und deswegen ist es halt in diesem Fall dann ein wenig einfacher, wenn man die Routen so importiert. Grüne Pizza Cross Africa war Chaos. Okay. Ich war da nicht mit dabei. Ich war gestern ein Freund besuchen, die ich lange nicht gesehen hatte. Und deswegen hatte ich keine Zeit, damit zu fliegen. Eine Frage, darf man trotz Rot-Grün-Schwäche Pilot werden? Das kann ich dir ehrlicherweise nicht beantworten, Ghostnukes, weil ich selber kein Pilot bin. Und meine Versuche, Pilot zu werden, schon so lange her sind, dass ich nicht mal mehr weiß, ob die Regeln damals überhaupt noch gelten. Müsstest du Matthias fragen? Ich weiß nicht, ob der mit dabei ist, aber den hast du auf jeden Fall auf dem Discord. Wenn du auf dem Discord bist, kannst du ihn fragen. Da man extra Channel führt, wo er alle Fragen beantworten kann, die du stellst. Sofern er die denn weiß, natürlich. German Aircraft, moin! Die Musik ist laut. Okay, dann ist sie leiser. Moment, nein, lautstärken wirksam machen hier. Interessant, weil bei mir ist die nämlich ganz schön leise. Viel leiser machen kann ich sie nicht. Äh, ja, Ghostnukes, das funktioniert nicht. Den Link zum Discord, den kann nur ich erstellen. Das ist auch richtig so, ich will nämlich wissen, wer da draufkommt. Du musst unten in der Menüleiste auf mehr drücken. Zum importieren. Ah, da drauf. Okay, und dann springt er wahrscheinlich in den Ordner. Äh, Appdata, irgendwas müsste das sein, oder? Laden, speichern. Und speichern. Äh, äh, von diesem PC laden. Ah, okay. Ja, Ghostnukes, natürlich darfst du drauf. Lass mich mal eben ganz kurz einen Link erstellen, bitte. Dann kann ich das so kopieren. Dort, bitteschön. Äh, ja, das kann ich ja mal eben versuchen. Die Frage ist, in welchen Ordner das rein muss. Ich hatte gelesen, in Appdata Roaming und dann gibt es da einen Microsoft Flight Simulator Ordner. Das probiere ich jetzt gerade mal eben aus, weil... Packages Local State. Okay. Müssen. Müssen da jetzt die, ähm, die Flugpläne rein? Weil ich hatte das in, äh, nur in den Flugsimulator Ordner gepackt. Aber anscheinend, wobei, theoretisch könnte man die doch eigentlich von irgendwo laden, oder? Weil er sagt ja hier die ganzen Files. Das probiere ich jetzt gerade mal eben aus. Moment, äh, Appdata. Das geht doch mit Sicherheit, warte mal. Das ist jetzt ein anderer Flugplan dann, davon mal abgesehen. Ich will das mal eben testen. Ha! Das... Äh, was macht er denn jetzt? Hilfe, was ist hier denn los? Ach, der hat die Sicht gedreht. Okay. Ähm. Okay, es hat aber funktioniert tatsächlich. Das ist gut. Das ist sehr schön. Das ist nämlich ein Flugplan, den hatte ich mir für die Tour erstellt. Der hat jetzt mit dem Stream nichts zu tun, aber das ist gut, dass das funktioniert. Ne, da bin ich hier von, von Auckland losgeflogen. Ne, hier kann man es sehen. Ne, Auckland. Ähm, bin dann, äh, hier oben rum. Und dann sind wir hier auf, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Was ist denn das hier? Was ist denn der Airport? Da oben. Norfolk... Norfolk Island. Ähm, da sind wir dann rangekommen. Wir fliegen heute ein bisschen weiter nördlich, aber es ist cool, dass das funktioniert. Jetzt packen wir das mal eben wieder raus hier. Das ist cool, weil jetzt lade ich mir mal eben den Flugplan runter. Matthias, der hat einen eigenen Channel Ghost Nukes, da kannst du das einfach reinschreiben. Ask a pilot heißt das, aber er heißt Dokug. Das ist etwas schwierig, deswegen haben wir den Channel gemacht, damit man ihn nicht immer anpingen muss. Das heißt, ich werde jetzt gerade mal eben ganz kurz hier den Flugplan so laden. Das ist ein interessanter Waypoint, den habe ich so auch noch nicht gesehen. Und werden wir den dann mal eben exportieren. Generate Flight. Gestern wurde in Afrika auch nicht Event Traffic gleichzeitig rausgelassen, sprich Taxi von 40 Minuten gehabt, dann ein Tower-Lotse auf drei Landebahnen und ich wurde auf 60 Outbounds die Stunde tippen. Ich fand das Prinzip, wie sie es beim Cross the Pond gemacht haben, eigentlich ganz gut, dass sie halt gesagt haben, Non-Event Traffic. Darf zwar mitfliegen, aber nicht von den Airports, die Event Airports sind. Das ist eigentlich ganz gut, weil damit kannst du ein bisschen filtern. Vielleicht war aber das Cross Africa an sich auch nicht ganz so stark frequentiert wie das Cross the Pond. Kann ich mir ehrlicherweise auch vorstellen, das Cross the Pond, das hat halt echt viel Traffic. So, ähm, so am gucken, Flightland Downloads und dann gab es hier FS 2020. Den hat er jetzt. Okay, ist natürlich schön, dass man den dann einfach quasi in den Downloads liegen lassen kann. Denn das führt dazu, dass man, weil der macht ja einen Ordner auf, dass man sich das einfach angucken kann. Ähm, das machen wir mal so. So, und dann sagen wir Laden, speichern von diesem PC. Gehen da hin und... Wo ist es? Da. Achso, äh. Einfügen sollte man das da vielleicht auch, sonst funktioniert das nicht. Äh, dort hinein. Zack, da ist er. Können wir nachher für unseren zweiten Flugplan dann genauso machen. So, da ist er drin. Den laden wir dann. Juhu, da ist er. Sehr schön. Gestern war auch Boston Event. Da gab es zeitweise über 100 Inbounds. Auch nicht schlecht. Dann ruhiger Flug und in Fahrrohr 40, 40 Meilen zu spät. Achso, den Descent bekommen ohne Star. Dann komische Vektoren und auf den 30 Meilen vor der Landebahn auf 2000. Ja. Ich hatte auch schon mal Events. Bei denen war es so, na, das war jetzt nicht Wetzel, aber ist egal. Das war, ähm, von Mallorca, ich meine nach München. Da war so viel los, dass die Lotsen teilweise die Flieger vergessen haben. Und da sind wir die ersten 30 oder 40 Meilen auf, ich meine, 5000 Fuß rumgeflogen. Äh, das war auch sehr interessant. Aber da war wirklich Chaos. Das kann man da nicht anders sagen. So. Ähm. Interessant ist, dass der mir hier anscheinend gar nicht alle Wegpunkte anzeigt. Also, er sagt mir hier zwar die einzelnen Legs, aber da sollte eigentlich ein Wegpunkt sein. Den zeigt er mir gar nicht an. Also, laut Simbrief heißt der Wegpunkt, der hier ist, Saram. Der wird da gar nicht angezeigt, interessanterweise. Aber die Linie gibt es trotzdem. Also, ganz verstehen tue ich das nicht. Da müsste halt eigentlich so ein Symbol hier sein. Ja, die, die Wegpunktliste müsste eigentlich, äh, uah, Gott, im Hochscrollen hier. Äh, die Wegpunktliste müsste eigentlich sein, Ledit, Nipok, Legna, Saram, Thosam. So, wir haben hier aber nur Nipok und Legna, aus welchen Gründen auch immer. Das ist einfach schade. Aber, hey. Ähm. Ist jetzt nicht weiter wild. Kann man hier auch gar nichts auswählen, vielleicht? Oh Gott. Hilfe. Das war es nicht, was ich machen wollte. Na. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich überhaupt nicht. Du bist ja letztes oder vorletztes her auch mal vergessen worden auf dem Weg nach Dubai. Ja, äh, Bodensee-Schwabe, das ist dieses, das war ein Aiveo-Event. Ähm. Legna. Legna, Detis. Hat der mir jetzt gerade einen Flug vorgeschlagen oder wie? Ich steige da jetzt gerade nicht mehr ganz durch. Ähm. Jedenfalls war das ein Aiveo-Event, das halt für sein großes Chaos bekannt ist. Das ist ja immer so gewesen. Und deswegen sind wir da auch immer hingefrogen, weil das halt, das war halt einfach immer so dieses pure Chaos. Deswegen haben wir das gemacht. Und, ähm. Ja, da bin ich vergessen worden. Da waren aber auch irgendwie bekiffte Lotsen oder so. Das war ganz merkwürdig. Würde ich jetzt ehrlicherweise allerdings auch nicht wieder machen. So. Ähm. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was das hier ist. Deswegen lösche ich das jetzt einfach mal und lade den Flugplan nochmal eben neu. Äh. Weil mich das gerade ein wenig irritiert hat, was da passiert ist. So. Jetzt haben wir den Flugplan wieder drin. Und rein theoretisch müsste er dann eigentlich auch in unserem Flieger im, ähm. In unserem, äh, GPS drin stehen. Gucken wir gleich. Wir müssen uns jetzt mal eben hier, hier hinstellen. Von Bauerfield aus. Jetzt würde ich allerdings ganz gerne irgendwie... Nein, es gibt hier keine Startposition. Das ist interessant. Jetzt hat er wieder irgendwas anderes gemacht. Wow. Weil, so wie ich mich jetzt gerade eben hingestellt habe, hätte er wahrscheinlich den Flieger mit laufenden Triebwerken auf der Runway geladen. Ach, guck mal einer an. Hier sind doch Abfahrtsabflugspositionen. Also ganz verstehe ich den, den Flugplanmanager hier noch nicht. Ich packe das jetzt mal raus und lade das jetzt gleich mal, äh, manuell dann da rein, weil das ist ja nun echt. So, warte mal hier. Ähm. Was war das? So. Gehen wir da mal hin. Zack. Stellen uns da hin. Dann lade ich das gleich manuell da rein, weil wenn der hier andauernd die, die Möglichkeit wegnimmt, dass man sich da hinstellen kann. Und wenn man sich dann da hinstellt, auf einmal eine andere Route reinpackt, dann ist das nicht das, was ich will. Deswegen lassen wir das jetzt mal. Aber eh. Okay. Dann würde ich sagen, stellen wir uns da jetzt einfach mal hin und gucken mal, was so passiert. Wird bestimmt schick. So. So. Oh, das ging aber fix. So. Dann machen wir das weg. Aber ich höre jetzt aus irgendwelchen Gründen nichts mehr, denn mein Kopfhörer, ich habe einen Funkkopfhörer, der scheint sich abgeschaltet zu haben. Aus mir unbekannten Gründen. Warum ist das so? Kopfhörer, warum hast du dich abgeschaltet? Das ist ein bisschen dämlich. Mal gucken, was passiert, wenn ich das hier tue. Mal raus und wieder rein. Kein Bock mehr ist. Ich hoffe, da ist jetzt nicht... Was war das für eine Wetterentlung gerade? Interesting. Okay. Ich muss mal ganz kurz meinen Kopfhörer zurücksetzen, weil ich nämlich nichts mehr höre. Sekunde. Höre ich jetzt wieder was? Ja, jetzt höre ich wieder was. Sehr schön. So. Dann stehen wir jetzt hier. Das ist unser schöner Airport. Relativ klein ist aber kein Problem, denn wir haben ja auch einen kleinen Flieger. Davon werden wir wegfliegen, während da hinten irgendwelche Bodenwellen sind. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um, oder? Schauen wir mal, was für einen netten Flieger, äh, Flieger, ja, Flughafen wir hier haben. Schauen wir mal. Das hier ist unsere Insel. Ich glaube, ich mache mal eben diese Drohnengeschwindigkeit ein bisschen schneller. Das nervt mich gerade etwas, wie langsam die ist. So. Gucken wir mal hier. Also, das ist unsere Insel, von der wir heute fliegen wollen. Ne, hier unten haben wir den Airport. Die Scenery ist übrigens Freeware. Die habe ich mir eben nochmal runtergeladen, nochmal geschaut. Ne, das ist also so eine kleine nette Insel hier. Der erste Flug ist im Übrigen auch nicht besonders lang. Also, wir haben eine Distanz von, ich meine das von irgendwie 300 Meilen oder so. Wo sehe ich das jetzt hier? Ah ja, da, 327 nordische Meilen ist die erste Distanz. Also, es ist jetzt nicht super viel. Super hoch steigen werden wir da wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir so irgendwie so 290-0 oder sowas bleiben. Sehr viel höher fliegt der Flieger normalerweise eigentlich eh nicht. Von daher ist das dann in dem Fall sowieso egal. F5 und F6 kannst du die Drohnengeschwindigkeit auch ändern. Ja, könnte ich, wenn ich nicht alle Knöpfe vorher resettet hätte. Die Kamerasteuerung habe ich mir vorher aufgeschrieben, wieder reingepackt, dass die gleich bleibt. Aber normalerweise mache ich das so, wenn ich den MSFS neu installiere, musste ich ein, zwei Mal schon machen. Sascha Breischel, moin. Dann habe ich tatsächlich alle Settings vorher einmal komplett gelöscht. Alle Keybindings, Joystickbindings und so weiter alle raus. Weil ich nämlich einst mal mal das Problem hatte, dass er dann in der PMDG irgendwelche Knöpfe noch hatte. Da sind dann Triebwerke ausgegangen und sonst was. Das fand ich überhaupt nicht toll. Jetzt habe ich das alles rausgemacht und habe mir das alles dann custom reingesetzt. So, jetzt muss ich da wieder reinklicken, sonst kann ich die Kamera nicht bewegen. Also, das hier ist unsere schöne Südpazifik-Insel, von der wir wegfliegen werden. Da unten steht unser Flugzeug. Also, ich meine, wirklich viel zu sehen ist hier nicht, aber ich denke, es ist ja nicht trotzdem ganz schön. So. Ne, hier sind wir an unserem Mini-Airport. Schöne Free-Vestillerie, auch wenn es hier nicht viel zu sehen gibt. Ich würde sagen, wir fangen dann so langsam mal an, unseren Flieger hochzufahren. Wenn ihr irgendwas sehen wollt von dem Flieger, by the way, ne? Beispielsweise, keine Ahnung, wie funktioniert das Tablet oder wie kann man da irgendwas einstellen? Oder ich soll mit der Kamera mal irgendwas zeigen, ne? Schreibt das einfach in den Live-Chat rein. Dafür ist der ja auch so ein bisschen da. Im Endeffekt ist das ja hier auch so ein kleiner Showroom für den Flieger. Denn, wie gesagt, nochmal für diejenigen, die vielleicht später eingeschaltet haben. Ich habe den Flieger von JustFlight kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Quasi so eine Art Austausch im Sinne von, du zeigst den Flieger. Dafür kriegst du ihn kostenlos, ne? In dem Sinne machen ja einige andere YouTuber auch. Genau das ist das, was ich hier tue. Abgesehen davon kann ich vorher schon mal sagen, ich finde den Flieger ziemlich cool. Ich mag den sehr, sehr gerne, auch wenn er begrenzte Navigationsmöglichkeiten hat. Ich fände den FMC besser, aber es geht auch so. Es ist ein schöner alter Flieger, den haben sie wirklich klasse gemacht. Und deswegen freue ich mich, dass ich den Flieger hier haben kann. So, das dazu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein und fahren den Flieger mal so weit hoch. Puh, ich mache aber mal eben ganz kurz den Joke weg, sonst ist der nämlich gleich im Weg. So. Schmal alle Lichter an hier. Dann haben wir gleich einmal die Christbaumbeleuchtung. So. Und da oben, by the way, da sind so weiße Lichter. Ne, diese hier. Da. Und die macht man da an und aus. Jetzt ratet mal, wie lange das gedauert hat, bis ich da drauf gekommen bin. Weil ich bin einmal nachts geflogen, beziehungsweise in der Dunkelheit. Und dann waren die auf einmal an und die sind brutal hell. Und ich habe die nicht wieder ausbekommen. Und ich habe gesucht und gesucht, wo dieser blöde Knopf dafür ist. Ja. Falls ihr mal dasselbe Probleme habt, da oben in der Ecke. Da ist er. Aber das hat mich Stunden gekostet, diesen blöden Knopf zu finden. Aber ich habe ihn mit Hilfe von ein paar netten Leuten aus dem Discord gefunden. So. Haben hier ein Tablet. In diesem Tablet können wir ein paar Sachen tun. Als erstes würde ich sagen, wir gehen einmal hier hin. Wir haben Chocks. Ground Power schmeißen wir mal rein. Geht dann so ein Traktor an. Zumindest sollte da ein Traktor angehen. Ah, jetzt hört man ihn auch. Wenn ich zu laut, zu leise, sim zu laut, zu leise oder irgendwie sowas bin, dann sagt ihr am besten Bescheid, ne? Wenn vom Sound irgendwas ist. Haben wir hier halt so ein Traktor, ne? So eine Ground Power Unit halt, die den Flieger mit Strom versorgt. Da will ich jetzt nicht hin, Kamera. So, dann machen wir hier mal vorne auf. Gucken wir uns das gleich mal. Man kann es im Übrigen auch aus der Kabine auf und zu machen. Das hätte ich mal machen können. Hier mal die ganzen. Cargos auf. Äh, das war der falsche. Nein, das wollte ich auch. Ach Gott. Da wollte ich hin. Und da in die Settings wollte ich rein. So, hier kann man nämlich ein paar Sachen machen. Zwar wollte ich die Piloten im Cockpit ausmachen. Cockpit Pilots. Weil die nerven nämlich ein bisschen. Die sind irgendwie immer im Weg. Haschkids wollte ich dran bauen. Und ich wollte die weg machen. So, dann kann man hier noch ein bisschen hochdrehen. Dann laufen die Instrumente ein bisschen flüssiger. Ich habe mir überlegt, die... Da ist im Übrigen irgendein... Bei mir ist irgend so ein Symbol im Weg. Grüne Pizza. Ich kann deinen Text nicht richtig lesen. Gehe ich das irgendwie weg? Ne. Äh. Die Mad Dog zu kaufen hast du wahrscheinlich geschrieben. Da ist halt irgendein Symbol drin. Ich kann das Wort mit M nicht lesen. Ähm. Kann ich leider nichts zu sagen. Habe den Flieger nicht. Ich habe da auch überlegt. Aber ich habe den Flieger im X-Plane. Leider nicht im 12er. Weil man da wieder extra für bezahlen muss. Aber im 11er. Und im 12er ist... Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Standard MD-80 hält nicht scheiße. Deswegen fliege ich die da manchmal. Ja. Ähm. Heute fliegen wir, wie gesagt, diesen Flugplan. Ihr habt ihn eben gesehen. Ich kann ihn gleich sonst auch nochmal zeigen, wenn ihr wollt. Und zwar auf Wetzel. Ich meine, rein theoretisch, wenn keiner mitfliegt, könnte man sich das wahrscheinlich auch sparen. Weil hier nichts online ist. Aber ich sehe, da steht schon jemand. Das heißt also, dass ich jetzt gerade mal eben ganz kurz mich... Connecten werde. So. Scannt da wieder meine ganzen Models. Okay. Connected. Jetzt schauen wir mal. Genau, da drüben. Den Kollegen hier. Ich weiß leider nicht, wer es ist. Den habe ich eben auf der Karte gesehen. Steht hier noch jemand? Nö. Bisher nicht. Ja. Genau. Ich habe halt Lust auf ein neues ACF. Weil immer Phoenix und PMDGs auch langweilig. Ja, das stimmt allerdings. Immer nur Boeing und Airbus. Das ist halt so ein Problem, in Anführungszeichen, was der MS-FS aus meiner Sicht immer noch hat, dass so ein paar Flugzeuge fehlen. Du hast halt die Möglichkeit, so von diesen Standarddingern auszuwählen. 737 in ganz vielen Varianten. 320. Den dann halt auch bald in ein paar Varianten. 319, 2020, 2021. Aber so die Auswahl, die du in anderen Sims hattest, dass du beispielsweise auch mal so 777 fliegen kannst oder so, gibt es halt im MS-Evangelium gar nicht. Finde ich jedenfalls. Also so wirklich gut umgesetzt, sodass ich sie dann auch fliegen wollen würde. Ja, es gibt den Hedman A330 Neo, klar. Irgendwann soll es auch mal einen Aerosoft normalen A330 geben. Und PMDG arbeitet ja auch an der 777, wann auch immer die kommt. Aber so zumindest aus meiner Sicht ist so die... Die Möglichkeit noch nicht gegeben. Die Formulier ist möglichst neutral. Möglichst... Also die Bandbreite an Flugzeugen ist nicht da. Sag mal so. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut. So. Nein, ich möchte nicht dort in Sicht. So. Wir haben jetzt als erstes mal eine Batterie, die wir anschalten können. Die ist da unten. Kommt doch irgendwann von PMDG. Ja, irgendwann. Ich rede ja auch nur von im Moment. Ich sage ja nicht, dass das nicht kommt, sondern ich rede ja nur davon, wie es im Moment ist. Und im Moment ist es, wenn ich jetzt auch beispielsweise auf Kurzstrecke oder Mittelstrecke irgendwelche Flugzeuge fliegen will, die jetzt mal nicht Airbus oder Boeing sind, also 320er oder 737, fliege ich halt auch meistens X-Plane. Da hast du halt einfach mehr mehr Auswahl. Mein Gott, Brille. Wenn einem die Brille nicht hinter die Ohren will. So. So. Wie gesagt, das erste, Vorfreude ist die schönste Freude. Jo, das ist wohl wahr. Das erste, was wir machen können, ist, dass wir hier eine Batterie anschmeißen. Das ist diese hier. Dann haben wir hier ein bisschen Licht und es geht was an. Allerdings war das irgendwie ein bisschen leise gerade. Wobei der relativ laut ist, der Sim. Wie sieht denn das jetzt hier aus, bei dem Lautstärke-Mixer? Das machen wir mal so. So. Nach der Batterie stellen wir den hier auf die Batterie, gucken uns das Ganze mal an. Ihn hier können wir schon auf External Power stellen, schauen uns an, dass das alles in Ordnung ist hier und dann schmeißen wir die External Power rein. Zack. So, jetzt könnte man schon die APU anmachen für Bleed Air, aber das lasse ich jetzt erstmal. Seatbelts und No Smokings. Probe Heat geht mit an. Und die Emergency Exit Lights werden geahnt. So, und das war es jetzt erstmal eigentlich schon. Mehr müssen wir an sich nicht tun, denn jetzt könnten wir schon anfangen, alles zu konfigurieren, was wir so brauchen. Viel ist das nicht. Das ist tatsächlich aber eine Sache, was ich hier gerade sehe. Die beiden. Ich scheine irgendwas vergessen zu haben. Das hatte ich gestern auch schon, als ich den Flieger benutzt habe. Die gehen nicht an hier, die beiden Displays, wenn ich den Flieger konfiguriere. Wenn ich jetzt aber hier im Display auf Ready for Takeoff beziehungsweise Turnaround klicke, dann sind die an. Ich habe aber nicht rausgefunden, woran das liegt. Das wäre tatsächlich eine Sache, die würde ich ganz gerne mal wissen, weil eigentlich reicht es hier, den External Power anzumachen. Dann müsste es eigentlich funktionieren, weil die beiden hier oben, die sind für die Triebwerke. Die können jetzt logischerweise noch nichts liefern. Mit dem APU Generator funktioniert es aber auch nicht. Also irgendwas stimmt hier noch nicht. Ich demonstriere euch das mal. Jetzt hier, in diesem Fall, funktioniert hier unser GPS nicht. Und unsere Digitalanzeige funktioniert auch nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe und sage Turnaround, dann geht es los und dann sind wir schon. Funktioniert. So, aber warum? Jetzt spielt er natürlich diese bescheuerte Musik. Jetzt ist hier oben das Licht an. Mach das mal aus. Das nervt nämlich. So, Frage ist, was ist jetzt hier anders? Ganz verstehen tue ich es nicht. Habe ich nämlich bei der, bei der vorhergehenden Version von der Fokke auch so gemacht. Und da ging es. Hier nicht. Warum auch immer. Diese Musik, die kriegt man übrigens aus, wenn man die Tür zumacht. Falls euch die genauso nerven sollte, wie mich. So, dann gibt es einmal eine Durchsage. Und dann ist die scheiß Musik aus. So. Und eigentlich sollte jetzt hier das GPS angehen. Wieso tut es das nicht? Habe ich das nicht ausgerüstet? Eigentlich schon. Wo ist es? Da. Ne, doch nicht ausgerüstet. Why the fuck? Das finde ich auch interessant, dass er die Sachen immer zurückrüstet, aber da müsste ich wahrscheinlich State Savings machen. No GPS Position. Interessant. Wieso hast du jetzt keine GPS Position? Ah, weil er sich jetzt konfigurieren muss. Okay. So. Jetzt funktioniert's. Schon mal unsere Höhe einstellen hier. Wir fliegen heute mal so auf Level 2.8. Zack. Dann können wir hier mal gucken, wie das war und dann Flugplan eingegeben bekommen. Flight Plan. Und unser erster Wegpunkt ist der Airport, von dem wir starten. Das ist November Triple Victor. Na, komm her. Dich wollte ich haben. Danke. Na, danke. So. Das ist der Erste. Ähm, SIDs gibt's hier so weit. Ich weiß eigentlich gar nicht. Müssen wir mal eben ganz kurz schauen, aber ich glaube, es gibt hier keine. Also fliegen wir einfach mit Heading ein bisschen geradeaus und dann eben zurück. So. Also es gibt VOA-Deparchers tatsächlich. Ähm, das sieht dann so aus, dass man hier dieses VOA hat. Davon fliegt man dann weg und bei entweder einer gewissen Höhe beispielsweise oder eben einer gewissen Distanz zum VOA dreht man dann weg. Wir müssen gleich mal schauen, wie hier der Wind ist. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter die Route ein. Unser erster Wegpunkt ist Ledit. Falsche Richtung. Bäh. Na, komm nicht ab. Ja, hier muss man was gucken gehen. Interesting. In meinem Schlafzimmer ist gerade mein Stammventilator zusammengeklappt. Warum auch immer. Das habe ich jedenfalls gerade gehört. Deswegen musste ich mal eben kurz gucken gehen, was da so ein Krach gemacht hat. Äh, Ledit. Hallo T, wo bist du denn? RST, da. Dann kommt als nächstes Nibok. Oh, da war aber zu viel. Nein, also sag mal. Den möchte ich haben. Dankeschön. So, aber nicht D, sondern G. Nibok. Dann Leckner. DE. Wird ja geschrieben mit C. So, und jetzt muss ich mal eben gucken, wie das denn bei der Arrival aussieht. Wo die denn anfängt. Okay, es gibt nur die Runway 1-1. Die geht über das Nibisum, wie das aussieht. Von Süden beziehungsweise von da oben, weil, genau, von Saram. Saram heißt der Wegpunkt. Haben wir den hier drin? Ja, haben wir. Das ist der nächste. So, den geben wir auch noch mal eben ein und ab da beginnt nämlich das ILS. Von daher Saram. Saram. Zack. Äh. Ja, das wird ja wohl der erste sein. Südkorea, das stimmt jetzt nicht ganz. So, damit haben wir die Route tatsächlich schon fast fertig, denn eine Sache fehlt jetzt noch. Wir müssen mal eben ganz nach unten gehen und hier unseren Zielflughafen eingeben. Das ist dann jetzt der letzte. Zack, und damit ist unsere Route fertig. So. Jetzt können wir hier noch mal draufklicken, sehen das da und wie gesagt, wir haben jetzt hier keine SIDs. Was mich aber mal interessieren würde, ist, ob uns hier irgendwas auswählt. Eigentlich dürfte hier nix sein. Ach, gucke mal an, er hat die doch drin. Das ist natürlich schön. North, South, Vioa. So, jetzt muss ich aber mal gucken, welche davon wir eigentlich nehmen müssen. Also, welche für uns halt am sinnvollsten ist. Guck mal. So, Scuba heißt einer der Wegboote da. So, also unser erster Wegpunkt ist ja ledig. Deswegen wäre für uns Nisas oder Poxack. Ich nehme mal Nisas. Ich denke, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Frage ist jetzt, also das sind tatsächlich SIDs hier drin. Ähm. Die hier so aber interessanterweise gar nicht drinstehen. Was sagt denn das Wetter? Machen wir mal mal gucken. So. Bauerfield International Airport sagt, Wind 05 Zero Metrie. Ja gut. Also, bei drei Knoten Wind ist mir das eigentlich egal, in welche Richtung ich starte. Ähm. 05 Zero würde in diesem Fall eigentlich heißen, dass wir auf der Randei 1-1 raus müssten. Da sind die Borgers jetzt nicht unbedingt anders. Ich finde es noch ein bisschen interessant, dass er uns hier nicht nicht anzeigt, wie die halt aussehen. Wir können das ja, ähm, spaßenshalber einfach mal machen, dass wir hier nicht dahin da möchte ich gerne hin. Ach, okay, deswegen werden die nicht angezeigt. Ähm, weil ich hier nur die Runway 2-Niner auswählen kann. Na gut, okay, dann nehmen wir halt nur die Runway 2-Niner. Ähm, allerdings will ich die Departure jetzt nicht haben. East, North, South. Was passiert denn, wenn ich South sage? Hinter. Ach, das geht jetzt doch. Okay. Ja gut, dann nehmen wir halt die. Enter. Das sieht in Ordnung aus. Man, Säck. Das steht jetzt zwar nicht in den Charts drin, aber okay. Gut. Geht trotzdem. Sagen wir Enter, Load. Ach so, deswegen steht das da nicht drin, weil das eine Manual Sequence ist. Gut. Aber okay, das kriegen wir natürlich trotzdem hin. Da haben wir die Manual Sequence und dann geben wir uns von da aus einfach einen Direct zum nächsten Wegpunkt. Das passt doch auch. So. Dann stellen wir den Flight Director auf 15 Grad. Sagen wir A-Log. Er ist auf GPS. Das ist gut. So. NAV 1 haben wir auch. Und dann starten wir hier mal die APU, würde ich sagen. APU Main Switch geht on. Dann warten wir kurz eine Sekunde. Okay. Und dann drücken wir auf Start. So. Jetzt gehen wir mal nach draußen und hören uns das mal an, würde ich mal sagen. da ist unsere APU und anscheinend läuft sie auch schon gegen fix so. Dann machen wir den Generator 3 an. Damit haben wir dann Strom über den APU Generator können externe Power ausmachen. Dann kriegen wir nochmal eben Bleed Air. Sehr schön hier drauf. So. Parkbrick ist gesetzt. Denn dann würde ich jetzt mal eben die Ground Power hier schon mal weg schmeißen. Die ganzen Zugänge alle dicht machen. Und die Chocks kommen dann auch weg, damit wir gleich losrollen können. Parkbremse ist ja gesetzt, ist also kein Problem. Und wenn der Schlepper da nicht stehen würde, ich gehe mal davon aus, dass das hier eine Taxi Out Position ist, dann könnte man da auch raus. Aber ich roll da jetzt trotzdem einfach so durch. Der A320 ist schon da hinten. Das ist auch eine coole Ansicht. Habe ich zwar nicht eingestellt, aber geht. Okay. Dann kommt jetzt als nächstes, dass wir hier unsere Pumpen einschalten. Vielleicht hätte ich mal dran denken, so ein bisschen Sprit reinzuladen. Toll, dass mir das jetzt erst einfällt. Wieder wundervolle Vorbereitung. Was brauchen wir denn? 5700 Kilo. Das ist etwas weniger als tatsächlich drin ist. Passt. Wir sollen Take-off weight von 27 8 haben. Sowas macht man normalerweise vorher. Ich habe es jetzt erst gecheckt. Anyways, funktioniert. hier sagen wir schon mal synchronized. dann sind wir ready for engine start. Und wir starten die, indem wir hier den Master Starter auf on schalten. Und dann tun wir den in die entsprechende Richtung, den Starter. Zum Beispiel starten wir erst mal den rechten als erstes. So, dann gucken wir bei 20% geben wir Sprit dazu. zack, und dann hören wir mal hin. aus. Schnell bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum Da läuft das Triebwerk. Draußen läuft es auch. Hört sich gut an. Gut, starten wir noch mal zwei. Na, nein. Ich wollte es haben. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Okay, war wohl einfach eine Sekunde zu früh. Gut, selbe Prozedur noch mal von vorne. 20% Sprit geht dazu. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön haben wir das Ach, ich glaube ich muss mal hin die Tür zu So, Triebwerke sind gestartet, laufen auch, Generatoren sind da, das ist gut Zapflucht von den Triebwerken haben wir auch Das heißt wir schalten jetzt hier auf den entsprechenden Generator um Dann schalten wir APU Bleed ab Machen den Master Starter off Zweite Pack kommt on Der Generator kommt aus Und die APU geht aus Taxi Light kommt on Das ist das da vorne Und dann machen wir uns auch den Weg zur Runway, würde ich sagen Können uns vorher im Stand eine Sache noch angucken Nämlich die Fahren wir die Flaps Wagenbremse wird gelöst Und dann rollen wir los Da geht er mal 20 raus So, hier ist ja sonst niemand außer uns Hallo bitte Okay Okay, jetzt mal so die Klickspost aus der Kirche Wir kommen jetzt mal die Flaps Genau, das fiel mir gerade noch ein. Ich kann hier noch mal Volante aufmachen. Ach gut, der geht doch noch vielleicht ein bisschen. Ach, ich habe wieder vergessen, hier die Kennung auszunehmen. So, dann konfiguriere ich mir hier nämlich noch mal eben Volante. Ah, das habe ich nämlich gar nicht vergessen. So, dann können wir uns nämlich jetzt gleich angucken, wie das Ganze dann gelaufen ist, was wir da geflogen sind und so. So, jetzt kommen wir einmal die Stropes an. Dann sind wir voll konfiguriert. Landing-Light-Sign an. Lads sind gesetzt. Dann kommen wir an die Stropes. Dann rollen wir auf die Runway, stellen das Heading ein und dann kann es losgehen. Dann rollen wir auf die Stropes. Dann brauchen wir hier mal einmal das Heading bitte in der Mitte. Kriege ich da nicht draufklicken und er synchronisiert das. Nee, okay. Ist aber auch nicht weiter wild. Dann stellen wir das hier ein, denn wir können gleich den Autopiloten anmachen. Dann hält er erstmal unser Heading und unseren Pitch, den wir da haben. Dann trimmen wir den Flieger schön aus dafür. Dann passt das. Gut, ab geht die Post, würde ich sagen. Gut, ab geht's. Schuss, 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 schuss. Power set. 80 knots. Rotate. Poster climb. Gear up. Pops up. So. Autopilot geht an. Da müssen wir ihm sagen, dass er den Pitsch ein wenig nach oben steuern soll, bitte. Laps up. Set. Pitscht etwas nach unten, Autopilot. Das wäre schön. Dass wir hier auch etwas Speed aufbauen können. Langsam, aber stetig würde ich sagen. Dann drehen wir mal ein bisschen nach links, dass wir in Richtung unserer Route fliegen. So, bitte dahin. Dankeschön. Heading. Stulle. Hi. Oh, ich hab vergessen, mein Kurslein einzutragen. So, das hören wir mal dann gleich. Weil wir umgedreht sind. Jetzt allerdings werde ich mir mal eben ganz kurz einen Direct nach ledig geben. Okay. Activate. Enter. Flightplan. Navflop. Und beam, bitte. Ach, der hat auch wieder umgeschaltet. So, beam, bitte. Hör mal. Hör mal, der hat auch wieder umgeschaltet. Trotzdem lieber Autopilot, möchte ich jetzt ein bisschen schneller werden. So, jetzt Cultivlur. Ich bin daneben. Ich bin daneben. Wir lagen. Ich bin daneben. Wenn die schneller werden willst, dann müssen wir die Schnurren ein bisschen weiter herunterdrehen. Aber auch in 2,50 würde ich gerne haben. Das wäre schön. Ob ich die AAA-2-Golf auf Wetzeln bin? Ja, das bin ich. Das ist ein Flyer. Moin. Das Flugzeug hat immer noch keine Lust, etwas schneller zu hören. Das geht jetzt zu langsam. Dann regeln wir noch ein bisschen runter den Pitch. Das 1,50 wäre schon schön. Ja, wir hätten es auch mit dem Pitch eben geschafft, aber das ist auch nicht zugegeben. So, Indicated Airsuit. Schön. Damit steigen wir jetzt auf unsere 28.000 Fuß. Würde ich den Flight Factor A350 empfehlen als Langstrecker für den X-Plane 12? Ja, das ist auf jeden Fall kein schlechter Flieger. Wenn wir ihn für einen guten Preis krieg, denke ich mal, ist das vollkommen. Ja, das macht dann ein paarftellen, oder? Ja, das macht dann. Ja, das macht dann. Ja. K masses flieger. If Cum performer es immer eine Runde notaus一點. Du hast doch den 11er. Okay, joa, ich denke an dich eigentlich auch. Flex, Flex, Moin! So, da sind wir aufgelegen. An meiner Flüge wird es nicht werden, wenn wir es irgendwie für eine Stunde verlusten. Gab es irgendwas Neues zur 777 V2 von Flight Factor? Nicht wirklich. Es gab ein bisschen was Neues zur 780, allerdings auch nur zwei Mini-Bilder. Mehr nicht. Würde ein Flieger mehr als dich. Okay. Was kann man denn? So, 50% leiser. Ich hoffe, es ist besser. Stulle, danke für den Hinweis. Ja, für den zweiten Flug, der uns dann von Lanumea aus, wo wir jetzt hinfliegen, weiterführt in Richtung Australien, könnten wir theoretisch wieder die FUKA 28 benutzen oder wir fliegen den Phoenix 320. Das war eine Idee, die ich auch noch hatte, quasi um zu zelebrieren, dass es ja ab morgen die V2 geben wird. Könnten wir theoretisch jetzt nochmal die erste Version fliegen, wenn ihr Bock habt. Dann gibt es nämlich irgendwann, wenn die V2 vollständig draußen ist. Das heißt Block 1 und Block 2 auch definitiv nochmal Streams dazu. Für einen 321, 319, hatte ich ja gesagt, gibt es definitiv auch noch welche von denen. Die werden wir dann ausführlich testfliegen und uns mal angucken. Jonasimus, moin. Also ich denke, als erstes Tones A320 kaufen, dann so einen Langstrecker. Ja, der Simfly, im Endeffekt kommt es halt drauf an, was du willst. Willst du Langstrecke fliegen, willst du Kurzstrecke fliegen, vielleicht Mittelstrecke, ne? Ist halt immer so eine Geschichte, was du quasi am liebsten magst. Und ich persönlich würde halt sagen, wenn du nur beim X-Men 11 bleiben willst, ja, dann kommst du in den Tones nicht drum herum. Wenn du aber auch ein MSFS hast, rate ich ganz klar vom Tones ab, sondern zum Phoenix hin, denn der ist einfach besser. Ne, aber das kommt halt drauf an, was du hast und was du willst. Ich hatte doch unter eins deiner Videos geschrieben wegen den schlechten FPS im X-Men 12. Jetzt mit der Beta 4 sind die FPS deutlich besser, aber die Rotate zieht etwas FPS im Gegensatz zur Siegelung. Wundern tut es mich jetzt ehrlicherweise nicht, Stulle, weil die Rotate halt ein relativ, ich nenne es mal ressourcenaufwändiges Errorflugzeug ist. Dass die halt FPS zieht, ist jetzt nichts, nichts Besonderes, würde ich sagen. Das machen leider sehr viele Errorflieger. Der Phoenix, äh, Quatsch, der Flight Factor 3.20, ich hab das ja auch eine ganze Zeit lang richtig heftig gehabt. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, weil ich ihn im 12er nicht habe. Ich hab ihn nur im 11er. Im 12er hätte ich nochmal extra draufzahlen müssen, da hatte ich kein Interesse dran. Also hab ich gelassen. Mittelstrecke oder kürzere Langstrecken bis 11 Stunden würde ich nach wie vor SIBO mit Auxiliary Tanks. Dann eben spart man Geld. Okay. Also ich hab die SIBO nie dafür genommen, ehrlicherweise. In 12er hat man da die ganz gute Alternative mit dem 3.30. Der echt gut ist. So, und jetzt guck ich mir mal an, wie das denn hier überhaupt aussieht. In Lanomea mit den Arrivals und so weiter. Wir wollen da ja anfliegen. Und zwar von dort oben. Von Saram aus. Das ist hier. Ich zeig euch das auch gleich alles nochmal. Aber wir wollen mal schauen. Und wir brauchen 7.000. Weil das müssen wir hier nämlich eintragen. Das ist nämlich hier unser Top of Decent Calculator. Top of Decent Calculator. Deswegen. Würdest du für X-Plan 11 mehr A350 empfehlen oder Triple 7 oder 767 sind meine Langstrecken-Favoriten? Gute Frage. Die Triple 7 würde ich ganz klar von abraten, bevor die V2 kommt. Ob die für ein 11er kommt, weiß ich aber nicht. Ich weiß nur, dass sie für ein 12er kommt. Im 11er die V1. Lass da bloß die Finger von. Ansonsten. Ganz ehrlich. Kommt drauf an, ob du mehr Airbus oder mehr Boeing magst. 767 und A350 sind beide gut wie ich finde. Von daher ist das in dem Fall deine Entscheidung. Ich persönlich würde eine A350 nehmen. Weil ich lieber Airbus fliege. Aber die Boeing ist auch geil. Also von daher. Und darum uns nicht zu erstmalig, aber bei der Kiste beendet ihr. Kannst du dir? Ja. Dann ist das bei der neuen Kiste. Wir gehen einfach bitte zum Kiste. Dann geht's dir mal hinterher. Ich bin jetzt gesehen. lich. Ich bin jetzt in der Kiste. Du bist. So, äh, soll ja heute auch noch ziemlich windig werden. Na, irgendein Sturmtipp soll da heute nachkommen. He, heißt, ich muss da nachher noch mal ein bisschen mein Balkon in Sicherheit bringen. Oder besser die Sachen, die da draufstehen. Ich hab da so ein Gewächshaus stehen und ein paar schöne Pflanzen und ich kann mir hier mich besser rein. Ich hab ein Side-Stick von Thrustmaster, dann lieber den A350. Ja, dann auf jeden Fall. Ich bin ja auf das Performance-Update von X-Pen 12 gespannt. Aktuell ist das ziemlich bescheiden mit einem CPU-Kern und etwas GPU. Mag sein, ich muss aber dazu sagen, dass ich für mich persönlich eigentlich noch nie wirklich Probleme damit hatte. Ähm. Kann auch an, an meinem relativ starken Rechner liegen. Ich schließe das nicht aus. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, aber ich hatte bisher tatsächlich noch nie wirklich Probleme mit der Performance im X-Pen 12. Ich schließe das nicht aus. Ich schließe das nicht aus. Ich schließe das nicht aus. Viel zu viel Boeing geflogen, 70737 will endlich mal den Engine Start von meiner Thrust-Konsole machen. Ja, dann auf jeden Fall den A350. Dann auf jeden Fall folgst du der rote Flugzeug. Joa, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Set course to 188, blö. So, jetzt müsste er an sich eigentlich gleich da rechts rumdrehen. Ja, über dem Ruhrpott, das habe ich tatsächlich auch, aber nur mit Flugzeugen, die sowieso schon relativ anfällig dafür sind, sagen wir mal. Gut, er folgt dem, das ist doch super. Er dreht jetzt gleich rechts rum, also gehen wir jetzt einfach mal dahin und gucken uns das mal an. Ruhrpott hatte ich auch im X-Pen 11 schon. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es war auch nur da, sonst nirgendwo, dass die FPS wirklich stark in den Keller gegangen sind. Aber im 12er ist das begrenzter. Also wenn ich Flugzeuge habe, wie jetzt beispielsweise die FlyJays im Dash 8, dann kommt das halt trotzdem noch vor. Klar, das muss ich auch offen zugeben. Aber mit allen anderen Flugzeugen habe ich das sowieso jetzt erstmal nicht. Zeit. Sven! Moin. Na? Na? Alter, was ist denn mit dir los? Wie klingst du denn? Ah, war gestern ein bisschen weh. Ah ja, okay. Biss aber allerdings sehr, sehr leise. Ja, war echt nicht richtig, Vater. So, ist jetzt besser? Deutlich besser. Ja, kann nicht so laut reden im Moment. Ja, war ein bisschen wild gestern, aber alles gut. So, dann schon beim zweiten Leck. Ne, wir sind noch beim ersten, wir fliegen gerade nach Lanoumere. Aber von da aus wollten wir noch weiter fliegen, uns fahren nach Australien. Nein, da hatte ich dann die Idee, dass man vielleicht hier den Phoenix 320 nehmen könnte und wenn du Bock hast, dann mitzufliegen. Ja, das kann ich machen. Dass ich dann von N, Ripple, W nach Y, A haben. Ja, genau. So, er reduziert schon die Steigrate. Wir sind jetzt gleich angekommen auf unserer Reiseflughöhe. Wirklich lange bleiben tun wir da auch tatsächlich nicht. Ja, wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten, glaube ich, die wir da fliegen und dann geht's auch schon wieder in den Keller. Das ist eine Latour, wo Vetsim fließt, ne? Genau. Das ist eigentlich eine ganz schöne Ecke da unten. Ich hab da ja auch diese South Pacific Tour von Vetsim. Und da hab ich mir gedacht, warum eigentlich nicht, ne? Ist doch eigentlich ganz schön. Sind das jetzt zwei Lecks davon, oder was? Ne, nein, nein. Das ist einfach irgendwas da unten in der Richtung. Weil die Lecks von der South Pacific Tour, die sind relativ kurz. Die würden zwar auch jetzt in die Richtung führen, aber die hätte ich jetzt nicht unbedingt Lust, im Stream zu fliegen, weil das eher so eine Sache ist. Die fliege ich dann einfach so mal nebenbei, wenn ich da Bock zu habe. Und für den Stream suche ich mir meistens Routen aus, wo man auch ein bisschen was gucken kann. Und das sind halt so meistens Airpods, die ich eigentlich auch kenne. So, jetzt muss ich mal ein bisschen auf den Speed achten, weil der ganz gerne mal zu hoch wird. Du hast mehr 350 Tutorials, all 320, schätze ich. Jein hält sich eigentlich die Waage, aber meine 320er Tutorials sind insofern realistischer, als dass ich eins habe, das die realen Prozeduren darstellt. Aber ja, ich hab für beide Fliege eins. Ich finde die Auflösung der Cockpit-Texturen in X-Plane 12 noch schwierig, speziell in der Sibo. Da kann ich wenig zu sagen, da hab ich Ewigkeiten nicht geflogen im Zwölfer. Aber generell, so ein paar Problemchen hat der noch, das stimmt wohl ja. Ich würde aber, so wie Stulle schreibt, tatsächlich eher sagen, dass das Problem vom X-Plane 12 darin liegt, dass der manchmal etwas dunkel ist im Cockpit. Aber nicht darin, dass die Texturen schlechter sind. Mag natürlich von Rechner zu Rechner unterschiedlich sein, kommt auch so ein bisschen auf die Einstellung an, aber das Problem hatte ich eher weniger bisher. Glaubst du, die Performance vom Phoenix V2 wird besser? Aber, ja, das glaube ich. Ist der nicht schon released? Nee, der kommt nächste Woche. Ah. Also wenn, ich würde dann, ganz ehrlich, The Simflyer, ich würde den A350 nehmen, weil nämlich der A350 dann die bessere Alternative für dich ist. Der A350, der kann alles. Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke. Kann der 320 nicht. Und wenn du ein Flugzeug möchtest, was viel kann, dann würde ich dir den A350 empfehlen. Also es ist halt die Frage zwischen 350 und 320. Wenn man halt auch Langstrecken fliegen will, kommt man irgendwann um den A350 nicht mehr drumherum, wenn man nur ein Airbus haben will. Oh, ja, das ist wohl so. Zumal 320 in X-Plane ist ja sowieso so ein bisschen, ja, gibt ja drei, gibt ja den JAR, den Flight Factor und jetzt den Bonus 320 Neo. Also wenn sich jemand dazu entscheiden sollte, sich einen 320 zu holen, dann würde ich aber als allererstes auf den Bonus 320 Neo zu begreifen. Weil der zumindestens, was die Fliegerei ist und tatsächlich wirklich echt erstaunlich gut aussieht, was ich nicht gedacht habe am Anfang. Ich glaube, den Geld, den fliege ich gleich auch. Was will ich denn da so? Andres Pinedel Pinedel, mein Sinn stürzt immer mit dem Phoenix ab, obwohl ich ein starkes System habe, okay? Also mit den wenigen Infos kann ich dir leider nicht helfen. Ich würde den Phoenix einfach mal deinstallieren und neu installieren. Könnte es das Problem schon behoben haben. By the way, da hinten taucht übrigens unser Reiseziel auf. Wir sind gleich schon da. Ach, ey, da muss ich mir aber bei. Sind die Liverys schon dabei? Ja, ein, zwei sind dabei. Wenn du wirklich gute Liverys willst, würde ich dir aber empfehlen, dir welche runterzuladen. Da fährst du besser mit. Also du wolltest gleich den Phoenix fliegen, ja? Ich wollte gleich für das zweite Leck den Phoenix nochmal ausführen, ja. Quasi im Sinne von Abschied von der V1. Und dann machen wir irgendwann nächste Woche oder wenn Block 2 draußen ist, wahrscheinlich erst wenn Block 2 draußen ist, machen wir dann so eine Art Entry für den V2. Dann haben wir einfach beides. Es gibt viele Packs für rund 10 Euro, also kauft ihr keine Liverys, das ist absolute Geldverschwendung. Es gibt super viele Freeway Liverys und die sind echt gut. André Schneider, moin. So, wir sollen bei Tosam darauf, auf die 7000 Fuß, das heißt, ich gebe hier mal unsere Arrival ein. Denn wir sind schon mal Siebock. Äh, Procedures, Select Arrival, das gibt's gar nicht, es gibt nur ein Approach. Enter, äh, das machen wir mal eben zu, denn wir müssen danach... Oh, ach, er hat's gecheckt, NWWW. Ach so. Das finde ich jetzt interessant, weil manchmal kriegt er das nämlich nicht hin. Okay. Das ist aber gut. So, äh, wir wollen den ILS... Was ist das denn? ILS X-Ray wollen wir fliegen. ILS X-Ray auf die Runway 11 über Saram. Enter, load, enter. GPS Guidance is for monitoring only, load approach, yes. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo wir überhaupt sind, wie viele wir noch haben. Fliegen Sie online? Ich fliege online, ja. Jetzt muss ich die mal eben auslöschen da, die sind da nämlich irgendwie doppelt drin. Jetzt passt das wieder. Da wollte ich nicht hin. Wir sollen bei Tosam 7.000 Fuß haben. Das ist da unten. Und wir haben hier, was sagt er uns, eine Distance von 66 Meilen. Wenn wir also ungefähr 70 Meilen zu Tosam haben, werde ich in Descent gehen. Die Frage ist, zählt er das jetzt hier mit runter? Zählt er? Sehr schön. Das heißt, wir haben noch etwa 100 Meilen. Andres Piniel, der Pinios, kommt auch darauf an, wie du in der App von Phoenix die verschiedene Ressourcenverteilung einstellst. Du kannst zum Beispiel sagen, dass er die Displays rendern soll über deine GPU. Ja, Quatsch, über deine CPU. Weil viele neuere CPUs, meine zum Beispiel, ich habe einen neuen 12900K, eine eingebaute GPU haben. Die ist zwar nicht stark genug, um Spiele zu rendern, aber sowas Kleines wie die Displays kriegt sie hin, ohne Probleme sogar. Damit nimmst du wieder Stoff von deiner GPU runter, die kann dadurch mehr machen und so weiter. Musst du mal ein bisschen gucken, wie man das machen kann, aber im Normalfall finde ich die FPS mit dem Phoenix eigentlich sehr viel besser als mit 400 Flieger. Was haltet ihr von den ganzen Community-Projekten wie Fly-By-Wire 320 oder DFD-350 und was es sonst noch alles gibt? Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, man darf aber nicht vergessen, dass es eine ganze Menge Arbeit ist. Bezogen jetzt auf zum Beispiel die Projekte von Fly-By-Wire, finde ich es saukool, was die alles auf die Beine gestellt haben. Der A320 beispielsweise, der ja auch immer weiter verbessert werden soll, er soll neue Tragflächen, also neu modellierte Tragflächen, neu modellierte Triebwerke kriegen, weil die ja standardmäßig echt kacke aussehen oder zumindest nicht richtig aussehen, etwas neutraler formulieren. Denn 380 finde ich bisher auch schon echt schick, haben wir aber zu wenig von gesehen bisher, um da noch irgendein Bild von zu machen. Aber ich bin sehr gespannt, was die da in Zukunft noch alles machen. Äh, TheSIMFlyer, wenn du die Tutorials meinst, ja, die findest du auf YouTube auch gut. Ich hab da auch Playlisten zugemacht, kannst du einfach mal reingucken. Ja, der 380, das dauert noch. Das dauert noch, wenn wir den mal 24 sehen. Wenn wir den mal 24 sehen. Achso, nein, Deliveries musst du einfach googeln. Wenn du zum Beispiel eine Lufthansa-Liveries für einen Flight Factor A350 haben willst, dann gibst du in die Suchmaschine deines Vertrauens einfach Flight Factor A350 Lufthansa ein. Dann Enter drücken und dann kommt ganz viel. Und das kannst du für alle anderen auch machen. Es gibt, glaube ich, sogar eine Master-Liveries-List auf X-Plan auch. Stulle, ich bin auch gespannt. Ich war ja ein wenig verwirrt, als sie den angekündigt haben. Hast du dir eine tolle Strecke ausgesucht gleich? Ja, aufgrund des Windes. Werden kontinuierlich um die 70, 80 Knoten um die Nase haben, wenn nicht mehr. Aber gut. Die Deliveries sind nicht von EniBuild, sondern die sind bei EniBuild. Du musst unterscheiden zwischen den Leuten, die Deliveries bauen, und du musst unterscheiden zwischen den Leuten, die Deliveries hosten. Es gibt immer die, die die machen, und dann gibt es die, wo sie hochgeladen sind. Das sind so Portale wie zum Beispiel EniBuilds oder auch X-Plan.org. Aber EniBuilds und X-Plan.org machen in der Regel keine Deliveries selbst. Das gibt es schon manchmal, klar. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das Deliveries von anderen Leuten sind, die EniBuilds oder X-Plan.org als Portal nutzen, um ihre Deliveries dort hochladen zu bringen. Tiefer fliegen, muss man jetzt damit denken. Aviation Insight. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was mit dem A380 oder anderen Flugzeugen ist. Ich halte mich lieber an das, was offiziell veröffentlicht wird, und nicht an das, was man vielleicht irgendwann irgendwo mal hört. Damit fliegt man ganz gerne mal auf die Schnauze. Das muss nicht sein. Klar, es gibt auch Sachen, die stimmen dann. Weil ich bin eher ein Freund von Fakten, was das angeht. Natürlich spekuliert man manchmal gerne. Es ist eine nette Freizeitbeschäftigung. Das weiß ich auch. Aber im Endeffekt finde ich es besser, wenn man sich da ein wenig auf die Fakten verlässt. Vor allen Dingen, weil das ja auch so ein bisschen dieser völligen Overhypung von Sachen den Vorschub bringt. Achso, Jetstreet vermeiden. Im Endeffekt ist es ja so, dass viele Dinge, die man in Sims hat, vor allen Dingen was den MSFS angeht, also wirklich völlig übertrieben gehypt werden. Das finde ich persönlich etwas merkwürdig. Und ich mag es nicht. Kann sein, dass andere das anders finden. Will ich auch nicht widersprechen. Aber ich mag es halt nicht. Und ich versuche da immer ganz gerne ein bisschen gegenzusteuern. Denn es kann in vielen Fällen dazu führen, dass man viel zu übertriebene Sachen erwartet, die im Endeffekt überhaupt nicht anstehen. Kann, wie gesagt, muss nicht. Aber wenn es dann so ist, ist das Geschrei natürlich groß. Deswegen dämpfe ich am Anfang lieber die Hoffnung und sage, erst mal abwarten. Freuen kann man sich am Ende ja immer noch, wenn es so gut ist. Aber wenn man was erwartet, was so nicht kommt, dann hat man am Ende genau die gegenteilige Reaktion. Deswegen finde ich das nicht so toll. Deswegen warte ich lieber ab und sage, hey, seid lieber ein wenig geduldig. Dann könnt ihr euch am Ende trotzdem noch freuen, wenn es was Gutes wird. Und wenn es dann was Schlechtes wird, hat es den Vorteil, dass man sich am Anfang nicht so ein Hype gemacht hat und nicht so super enttäuscht ist. Feldi, aha. Woher willst du das wissen? Das ILS hierfür, das wollen wir doch direkt mal eben einstellen, wenn wir schon mal dabei sind, hat eine Frequenz von 109,9. Das ist da sogar schon eingestellt, interessanterweise. Ähm, das heißt, das brauchen wir da gar nicht einzustellen und wir haben einen Kurs von 108. Okay, das war zu weit. Na, ey, was soll das denn? Das war gerade ein Mausrat-Skoll. So, da war ich. In der Flussi-Szene gibt es immer diesen schönen Spruch, expect to weeks, ja. Ab Donnerstag in 104 Wochen. Insiderwitz, ah ja. So, da hinten warten wir. Das ist die Inselkette. Tahiti heißen sie, glaube ich. Hier kommen schon ein paar vorgelagerte Lifts. Woher ist Neukaledonien? Bitte was? Woher ist Neukaledonien? Ist hier irgendwas online wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das ist absolut nix. Ich glaube aber, da ist auch gerade mitten in der Nacht, also von daher. Weiß nicht, was für eine Zeit war. Oh, aber du hättest in Lattern Uhr ein Ohr gehabt, ne? Stimmt, da ist gerade ein Torraum, ne? So, wenn man mal guckt, in Sydney, da ist es jetzt halb zwölf nachts. Ja. Vier Stunden. Und hier ist halb vier. Die Rotate bekommt im nächsten Update Tablets. Wo ist das denn hier? Also, die Rotate MD-11 soll ein Tablet bekommen, schreibt Stuhle. Ich finde jetzt das Menü, was sie bisher haben, eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, wenn sie es in Tablet packen, ist es jetzt auch nicht wild, aber so wie sie es bisher gemacht haben, stört mich das nicht. Ne, aber das ist tatsächlich ein bisschen umständlicher. Da musst du mir jedes Mal dieses blöde Menü aufrufen, genau wie bei Tolis. Hm, das stimmt. Ich würde die Sache zumindest zwar nicht verbessern, aber auf jeden Fall vereinfachen. Isastry. Da ist ein Tower online. Wo? In, äh, Dings ist, Laton, Laton-Tuber. Ach so, Laton-Tuber. Laton-Tuber, ja. Ja. Ach ja, da fliegst du ja gerade hin, stimmt ja. Ach ja, oh nee, da muss ich ja gleich die jeweils vom Scheiß sein. Ja, dauert ja. Bis zum, da. Darf nicht noch einen mit dir, ne? Nee, weil ich bald losgegeben. Ich bin die Fokker, genau. Und der, der mit mir fliegt, das ist ein A320. Der natürlich logischerweise schneller ist als ich. Der Lugnaz A320, ah ja. Aber man darf ja nicht vergessen, die Fokker ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Flugzeug. Wir haben hier mit Magdezimus 7-2 unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Viel schneller geht es nicht. Das ergibt einen Ground Speed von 421. Wind kann ich jetzt hier nicht sehen. Kann sein, dass es vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Aber viel schneller geht es nicht. Wenn man mal guckt, der A320 da vorne, der fliegt 453. Von daher. Der Descent mit der MD-11 ist immer noch so ein Gefühlsspiel, da der blaue Pfeil viel zu unflexibel ist und man sich nicht wirklich weiß, wo man rauskommt, wenn man manuell singt. Das kann gut sein. Kann ich allerdings weder bestätigen noch dementieren, um ein Mission Impossible zu zitieren. Weil ich tatsächlich die MD-11 seit gefühlten Äonen nicht geflogen bin. Ich bin eine ganze Menge seit Äonen nicht mehr geflogen. Kommt daher, dass ich relativ viel zu tun hatte. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bald wieder. So, bald geht es in den Descent. Lange dauert es nicht mehr. Nein, dann ist es noch ungefähr 20 Meilen bis dahin. 25. 25. 46. 21 24. 28. 25. 29. 28. Alles Weitere hätte mich jetzt aber tatsächlich auch gewundert. Wir haben eine relativ kleine Maschine. Könnte also gut sein, dass wir tatsächlich direkt Bravo rauskommen. Spätestens Charlie werden wir auf jeden Fall schaffen. Wirklich groß ist der Airport da ja nun auch nicht. Bin mal gespannt, wie die Standardzeit ist. Ich erinnere mich noch, ich bin nochmal hingeflogen im Rahmen von der Alveo 20 Anniversary World Tour. Richtig, genau. Es gab ja einmal dieses absolute Terror-Lag, was irgendwie zwölf Stunden gedauert hat, was ich mit der 767 geflogen bin, von Chile aus nach, ich weiß nicht mehr ganz wohin. War auf jeden Fall ultralang. Und dann gab es noch ein anderes Leck, das bin ich mit dem 350 damals geflogen. Das führte dann von der Destination, wo du von Chile aus hingeflogen bist, hierhin. Nach November-Triple-Risky. Und das ist auch schon Ewigkeiten her. Zwei oder drei Jahre, das war auf jeden Fall noch deutlich vor Corona. Auch interessant, dass man das jetzt immer so als so eine Zeitangabe benutzt, so Corona, ne? Ja, manche Leute, das ist ja total witzig, da kommt dann einer und der läuft so, ey, weißt du noch so vor drei Jahren oder sowas? Und so, nee, das ist fünf Jahre her, da waren noch zwei Tage, zwei Jahre Corona dazwischen. Die checkt man dann gar nicht, die zählt man schon gar nicht mehr mit. Und auch immer ganz lustig. So, ich bin ready. Okay, fünf nautische Meilen entfernt von Saram, soll ich Ihnen Bescheid sagen. Machen wir mal. Und jetzt haben wir so langsam Descent. Das heißt, ich würde sagen, wir werden jetzt mal ein bisschen langsamer. Und dann sagen wir Indicated Airspeed, ab geht's in den Keller. Ja, ich fliege gerade eine ehemalige reale Weltumrundung mit German Cargo MD-11. Da sind die Flugzeiten meistens zwischen so acht und zehn Stunden. Herzlichen Glückwunsch. Also mal mache ich das wohl auch, ja, aber ist jetzt nicht unbedingt so meine Priorität, solange Fliege zu fliegen. Ne, über Nacht vielleicht mal so. Genau. Oder halt, wenn die irgendwie Besonderes für ein Event anscheinend, ne? Irgendwie einmal im Monat oder so mal so nachts fliegen, das ist vielleicht in Ordnung, aber ist jetzt nichts, was ich dauerhaft machen würde. Ja, oder halt dann kommt die Pontes, ne? Ja, gut. Aber das ist ja eh was Besonderes, ne, zu Events. Ja, eben. So, 1500 Fuß pro Minute. Er will 2000 Fuß pro Minute haben, alles klar. Aber ein bisschen mehr. Okay, hallo. Ich habe gerade gefragt. Schubhebel, was tut ihr? Warum reagiert ihr nicht mehr? Danke. Wir hatten gerade anscheinend keine Lust. Ich habe gerade gesagt, in zwei Lecks von Frankfurt. Papa Hotel November Lima, das war Hawaii, oder? Und zwei Lecks von Frankfurt nach Hawaii. Honolulu. Ja. Dann habe ich mich richtig erinnert. Ich habe gerade gesagt, Ich habe gerade gesagt, So geil kann man sich die Langeweile vertreiben. Na, meine Fresse, Alter. Die Langeweile vertreiben. Na, guck mal, ob er mir ist. Du kannst mit Sam 3 Snakes spielen? Ja, du kannst mit Sam 3 Snakes spielen. Okay. Allerdings ist das mit Mausklicks nicht so cool. Das geht leider nicht bei Tastatum. So. So, wie weit haben wir noch? So, wie weit haben wir noch besagen? 45 Meilen. Was hat der denn auf einmal für eine Decentrate? Gut. So, wie weit ist das? So, wie weit ist das? So, wie weit ist das? So, bald sind wir da. Dauert nicht mehr lange. Falsche Richtung. Ich wollte eigentlich, dass er nicht so stark descendet. Dann sind wir nämlich viel früher unten, als ich das eigentlich sein will. Kennst du die Fokka 100 aus dem FS 2004 noch? Nein, leider nicht. Das war vor meiner Zeit im Sinn. Also, wir machen das mal anders. Pitch Hold. Müsste jetzt eigentlich ganz gut klappen. Dann lassen wir ihn so nicht senden. Was haben wir hier für Wetter im Moment? 1.018. Ich glaube, da hinten sind Wolken auf den Autos. Irgendwie ist die Qualität hier jetzt gerade... Also, ich meine, vielleicht wird hier noch besser. Aber so geil sieht das jetzt gerade nicht aus. Autos sind ja... Wolken sind ja auch geil drauf. Naja. Dann merke ich mal wieder, dass ich alt werde, ja. Ich habe angefangen mit dem FSX. Lass mich lügen, wann das war. 2010? Ich meine, es war 2010. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber irgendwas in den Drehpass. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so schnell. Und dann bin ich... So, Tower, was hast du denn für eine Frequenz? 118,1. Wo soll ich den MSFS eigentlich am besten kaufen? Steam oder Microsoft Store? Ich würde tatsächlich sagen Microsoft Store. Ich habe ihn daher, ich habe da bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht. Von daher würde ich persönlich ihn aus dem Microsoft Store. Ja, mit der CD habe ich tatsächlich auch relativ miese Erfahrungen gemacht. Am Anfang hat der Windows Defender massiv dazwischen geschossen und etwas merkwürdige Geschichten. Deswegen habe ich am Ende die Download-Version über den Microsoft Store genommen. Das hat super funktioniert. Na, für einmal der was? Ja. Du hast dir den auf CD geholt? Ganz am Anfang hatte ich den auf CD, ist ja. Okay. Den gab es da. Das waren irgendwie acht oder neun Stück. Gibt es auch ein Video von, wie ich versucht habe, den zu installieren und daran verzweifelt bin. Ah ja, kann ich mich dran erinnern. Und das klappte hinten und vorne nicht. Aus was weiß ich für Gründen. Das war halt einmal, weil die CDs nicht gingen. Irgendwann hat er mal was nicht erkannt. Dann hat andauernd der Windows Defender dazwischen geschossen. Das war mir dann einfach zu doof. Das habe ich dann zurückgeschickt. Und habe dann einfach die Download-Version genommen. Das hat dann ohne Probleme geklappt. Und zu lange erst doppelt bezahlt? Nein. Also zuerst habe ich dann doppelt bezahlt. Ja, so lange, bis ich das Geld für die CD wiedergekriegt habe. Weil ich habe die ja zurückgeschickt. Das heißt, ich habe auch das Geld wiederbekommen. Hat aber eine Weile gedauert. Ich hätte gedacht, dass wenn du eine CD hast, also wenn du den Code auf eine Online-Version kriegst. Ja, das habe ich auch versucht. Aber das hat nicht geklappt. Ich habe den eingegeben, habe gedacht, ich kriege damit eine Registrierung von einer Online-Version. Hat aber nicht genommen. Ah, shit happens. Das ist im Flyer. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und hab noch einen schönen Restcenter. Minimums, by the way, sind hier 300. So, nicht da? Also, das ist ein seltsamer. Ist da ja. bastante goal Icke. Ja. Also, das ist das Ding. Sind hier Was macht er denn jetzt? Warum reduziert er denn jetzt den Pitch? Okay, also so weit wollte ich jetzt auch nicht. Na, andere Richtung. Dahin bitte. Dankeschön. Das sieht doch besser aus. Stille, ich benutze tatsächlich nur Navigraf. Die Frage ist jetzt, da funkt einer, wieso höre ich den denn nicht? So, von 620? So, das ist der 620, you can tick both. Taua, hello, NZ2 Golf, 5 miles in Bonserhau. NZ2 Golf, Taua, 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 Taua. Hello, expect ILS Tango approach runway 11, design altitude 3000 feet, kin H1018. We send 3000 feet kin H1018, and we will expect the ILS Tango runway 11, NZ2 Golf. ILS Tango, den will man im Suchen hier, wo ist er denn? Okay. So, jetzt geht es mir, wieso, äh, Taua, 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 Taua. So, jetzt machen wir das noch. So, jetzt machen wir das noch. So, jetzt machen wir das noch. So, da links irgendwo ist der Airport. Was habe ich gesagt? 6000 feet oder 7000? Okay, was ist der Unterschied zwischen dem Airbus A320 MZ Domestik und A320 International? Ja, würde gerne auf den Heading-Button drücken. Und in Z2 Gold, confirm, pass, Saran? Ja, Saran ist pass, ich kann das confirmieren. Roger, report, pass, Tulsum. Roger, wir passen Tulsum in etwa 3.8 MZ, ich werde reporten. Roger. So, jetzt erstmal öffnen. Kursan, Ansatz 2Gov. Ansatz 2Gov, Roger, continue descend 2600 feet, CLIED ILS Approach 1-1 Report Established. Continue descend 2600, and we will report established CLIED for the ILS Runway 1-1, Ansatz 2Gov. So, jetzt müsste er eigentlich jeden Moment das ILS abfangen. Da hat er's. Ok, gut. Er will grad nicht auf den anderen, wir müssen allerdings descenden, da vorne ist die Runway. Weiß jetzt nicht, wieso er nicht descenden will, der Flieger. Springt sofort zurück. Gut, dann schalte ich den Autopiloten ab und mach das halt selber. Wenn ein bisschen descenden müssen wir hier, dann wird's jetzt nix. Jetzt hat er den Gleitslogan. Das hätte man ein bisschen früher kommen können. Gut. Dann sorgen wir mal für ein bisschen mehr Drag. Da vorne ist die Runway im Blick. Flaps 1. 2 TBA 3 6 7 8 00 broke Danke 5 euch So, gleich sehen wir auch Rest der Bricht. Scheint hier ein bisschen Seitenwind zu haben, weil wir etwas abdriften. Hat schon mal etwas nach rechts korrigiert. Hast aber alles ganz gut. Schreibst du. Kleines bisschen hoch sind wir noch, aber das können wir korrigieren. Trimmung einstellen, so, das passt. Ein bisschen die Nase noch runter. Hier down, schmeißen wir mal ein bisschen den Anker. Merkt man auch direkt, wie das den Speed wieder runter treibt, das Bier ist anscheinend eine wirkliche Bremse. Aber das passt ganz gut, dann können wir nämlich die Nase etwas weiter runter nehmen und damit den Descent Path wieder ein. Jetzt können wir mal etwas nach oben stellen, um uns hier zu unterstützen. Speed. 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 So, damit passt es wieder. Flap Street. Dabei belassen wir es auch. Wir landen heute mit Flap Street. Die Runway ist mit über 3,5 Kilometern lang genug. Das passt. Oh, ganz schön wabbelig hier manchmal. Ganz schön ruhig. Ja cool, dass du als MTL einfach eine 737 bist. Oh. Na gut. Das kannst du bei X-Plane tatsächlich noch knicken mit den MTLs. Das ist doch nicht so ein geiles Model Matching-Kit. Aber es wird immer besser. Aber leider ist es manchmal noch nicht so. Mhm. Das ist ziemlich weird meistens. Die sind teilweise echte Thermik. Teilweise aktiv nachdrücken, damit er die Syncrate wieder kriegt. Ich komme mir hier mit meinen 140 vor, als würden wir schleichen. Würden wir in der Luft stehen. So wie das aussieht, scheint der Gleitsloop hier nicht das Richtige anzuzeigen. Weil ich sehe nämlich im Moment, bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus wie viel rote. Obwohl ich relativ genau auf dem Gleitsloop bin, im Moment sogar etwas hoch. Da bleibe ich von der Liga auf dem Gleitsloop. DasIDE ich schon weiß. Ich schlafe jetzt anrufe und wir wieder in der Linie sehen. Bye. knewd speakers wish that anything not to the world. resistor ging von drei zusammen zu. und fliegt drin in new zealand wann das stimmt quantas kann und die 320 sie haben sie seit neun akon das hat aber 20 von der flink zu mindestens mal gucken ob ich deine livery für installiert aber die thermik die ist schon interessant quantas link allerdings haben die ja gut das geht beim phoenix dann mal nicht anders interessant by the way auch dass ich hier mit 1000 fuß pro minute probleme habt den gleitbad wieder einzufangen so 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 Air New Zealand Oder aber RKL Kannst du noch nehmen Ja Jetzt sehe ich zwei meisten Ist das hier schon wieder am besten, Alter? Hundert Sache Fahne Hundert Meter Minimums Minimums Cummings до los Till Ja, er meckert, dass ich nie mit Full Flaps lande, das ist aber in Ordnung. Aber du bist eine Unset Australia 737. Ja, passt doch. So, da sind wir. Dann geht es jetzt einmal links runter. Und da steht eine Qantas 737, das bist dann wahrscheinlich du, richtig? So, trotzdem wäre es jetzt schön, wenn mir der Tower sagen würde, wo ich hin soll. Also, dann hat er alle gesagt, Center of Choice. So, dann machen wir das nochmal genauso. So, ich parke mich dann einfach mal links neben mir. Da steht in R07 321 Neo, würde ich schätzen, soll das sein. Bei mir ist es ein 321. Einige Sachen mit den Clicks-Boots hier finde ich allerdings echt merkwürdig. Strobelights gehen off. Ja, das ist diese... Die Musik von JustFlight. Ich finde die auch nicht toll, aber die gibt es halt leider. So. Dann halten wir an. Parking Break is set. Bodensee-Schwabe, alles klar. Dann, bis später. Ich wünsche dir was. Komm, gut nach Hause. Okay. Herzlich willkommen. Ich mache mal ganz kurz hier unseren Tracker aus. Dann werde ich mich hier diskollekten. Zack. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal Landung, oder? Was meint er? Achso, wo landet er? Sollte ich vielleicht vorher einmal ausmachen? Dann sollen wir mal eben Flug beenden. Das gucken wir uns vorher mal eben an. Dann haben wir hier nämlich Einmal unseren Take-off. Da sind wir hoch. Einmal quer übers Wasser geflogen. Da lang, da lang. Hier gelandet. 107 Fuß pro Minute mit 124 Knoten. 1176 Kilo Sprit haben wir verbrannt. Wenn man sich das mal anguckt. Das war eine sehr schöne Auflögerung. So. Volanta machen wir dicht. Mach ich gleich neu wieder auf. Und dann starten wir mal eben kurz eine Wiederholung. So. Aber vielleicht nicht ganz von hier. Sondern so von hier. Wobei das auch noch ziemlich weit weg ist. Machen wir mal so ab hier. Gucken wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal rein. Volanta ist fürs Flugtracking. Das heißt, da kannst du deine Flüge aufzeichnen. Der macht solche Sachen wie Speed und Höhe und so Zeug. Wo du lang geflogen bist, stellt das Kaffee start. Das ist echt gut. Echt schick. Das Replay mache ich hier mit diesem externen Tool. Flight Recorder heißt der. Da musst du vorher auf Tracking drücken. Und dann kannst du dir im Replay alles angucken. Da siehst du hier auch solche Sachen wie die Flaps und so. Die Sicht zeige ich allerdings eher ungern. Da sieht man so wenig. Deswegen nehme ich hier diese immer. Da kann man ein bisschen mehr sehen. Da kann man ein bisschen mehr sehen. Aviation Insight dafür nicht. Gerne. So, für den zweiten Flug würde ich vorschlagen, nehmen wir gleich den Phoenix A320. Da geht es dann von hier weiter in Richtung Australien. Schauen wir uns gleich mal ein wenig genauer an, wenn das Flug bei dir vorbei ist. Ja, jetzt schau ich mal strengths. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir nochmal einmal, dann fliegen wir aber auch wirklich weiter Das ist auf jeden Fall ziemlich niedliches, kleines Ding, ja Ist halt relativ langsam, relativ laut und relativ alt, aber ich finde, er macht ordentlich Spaß Ja, gut, kleines Ding Ja, auf die freue ich mich auch schon Das Ding in Moderna, das ist doch schön Ja, gut, als ich hoffe, ich bin froh, ich bin froh Das Ding, ich bin froh Das kriegen wir hin. Mal gucken, dass ich mir noch mal eine Innsbruck-Szenerie hole für ein MSF-Wester in Wien habe ich ja schon. Aber Innsbruck fehlt noch. Aber das kriegen wir hin, gar kein Problem. So, gelandet sind wir. Ich sage jetzt mal Pause, ziehe den hier ans Gate. Stoppen wir das, warum fährst du jetzt los? Und dann müssen wir zurück ins Hauptmenü, um einen neuen Flug zu laden. Aber ja, schöne alte Hour-Livery dazu, Stulle, das kriegen wir hin, das machen wir so. Jetzt berechne ich mal eben den neuen Flug, denn wir fliegen ja nun weiter mit dem Phoenix A320. Und zwar fliegen wir von November Triple Whiskey. Jetzt muss ich gerade mal eben selber gucken nach Yankee Hotel Bravo Alpha. Yankee Hotel Bravo Alpha. Das Ganze bitte. Was zum Geier ist das für eine beknackte Route? Da muss ich gleich mal eben drauf gucken. Äh, blub, blub, 320. Das, was er nämlich vorgeschlagen hat, ist das hier. Wieso? Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Es gibt aber auch nur die Route. Interesting. Okay. Äh, ich würde gerne Luftstraßen einblenden. Warum geht das jetzt nicht? Ist das das hier? Ah, ja. Das ist ja eine komplett beknackte Route. Das geht ja gar nicht. Warum? Ich fürchte die... Hast du dir die mal angeguckt, die Route? Ich weiß nicht, was du für eine Route gekriegt hast, aber die Route, die ich bekommen habe, die ist komplett Banane. Na gut, meine Route, ja, was heißt, na ja gut, was heißt Banane? Die führt halt erstmal gerade aus und dann von Brisbane direkt nach Norden. Ja, und das ist halt eigentlich Quatsch. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Na, du kannst sie ja, ich würde mich nachher dann einfach, wenn wir da bei Mephem sind, direkt nach, äh, was ist das da? Im letzten Wegpunkt geben oder sowas. Hm, ich wollte mal eben einmal gucken. Ähm, Yankee Hotel Bravo Alpha, wie da die Rivals aussehen. Vielleicht hat das einen Grund, dass die Route so ist. Approach, die haben da einen R&P. Auf die Runway 11 und auf die Runway 29er, aber nee. Nö. Also das ist egal. Keine Ahnung, was das für eine Route ist. Ich nehme sie jetzt so und dann programmieren wir da am Ende direkt rein. Das passt dann schon. Brauchst du einen Kuppen auf den Wind, das ist echt nicht geil. Archbike, ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ist mir auch schon aufgefallen. Der MSFS ist, was die Optik angeht, ein bisschen schwammiger. Vor allen Dingen, was sich bewegende Objekte angeht, beziehungsweise die, die in der Ferne sind. Das kann der X-Plane 12 aus meiner Sicht viel besser. Weiß ich nicht, was die da am MSFS gemacht haben, aber, ähm, da muss ich ganz ehrlich sein, das kann, kann der X-Plane deutlich besser. So, da ist ein Phoenix. Jetzt hoffe ich, dass ich eine Quantas-Livery installiert habe. Nein, habe ich natürlich nicht. Äh, das ist etwas ätzend, weil jetzt müsste ich eigentlich, wenn wir mit einer Quantas-Livery fliegen wollen, den SIM schließen und die mal eben installieren. Ich glaube nämlich nicht, dass das, ähm, funktioniert, während das hier offen ist. Quantas-Link, ja. Ähm, heißt aber trotzdem, dass ich mal eben den SIM schließen muss, denn, äh, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, während das hier offen ist. Joa, äh, ich blende euch mal eben ganz kurz das da ein, während hier wieder die ganzen Ladescreens durchlaufen. Aber das dauert ja zum Glück nicht lange. So, dann schauen wir mal eben einmal den Livery-Manager an, ob wir da vielleicht sogar schon eine Quantas-Air-Link drin haben. Oh, es gibt anscheinend keine Quantas-Livery. Ja, die hatten in echt wahrscheinlich nur IAE. Das, äh, ist mir auch schon aufgefallen. Hat Sven eben auch schon gesagt. Ne, warum geht er denn jetzt auf hier? Das will ich nicht. Finde ich nur interessant. Das scheint hier nach, dingstens, sortiert zu sein. Australia. NZ-Australia haben sie hier nur. Ja gut, dann fliegen wir halt wieder NZ-Australia, ne. Wenn es keine Quantas-Livery gibt, dann nehmen wir halt die. N-Quantus BIN A320. Nein, also die müsste ich dann extern runterladen, installieren, das ist mir jetzt so doof, deswegen machen wir das anders. Ähm, welche wollt ihr haben? 1991 oder 1988? Höre ich da Regen am Dachflächenfenster? Nein? Äh, ich habe keine Dachflächen hier. Bei mir kann das nicht sein. Also hier regnet es zwar, aber ich glaube nicht, dass mein Mikrofon das so aufzeichnet. Also meins könnte es zwar, aber ich habe hier keine Dachfenster und deswegen geht das nicht. Abgesehen davon regnet es hier auch nicht, ne. Deswegen geht das eh nicht. Hier regnet es in Strömen. 1988. Lohnt es sich neben dem MSFS auch noch X-Plane zu kaufen? Kommt drauf an, was du machen willst. Der MSFS ist momentan für sowas wie Airbus 320 relativ gut. Für den ganzen restlichen Kram würde ich allerdings X-Plane benutzen. Keine Ahnung, wie die aussehen, aber ich würde mal sagen, die modernere. Ich würde tatsächlich, ganz ehrlich, ich finde eigentlich die 88er-Livery besser. Aber wenn ihr alle meint, die modernere. Ich habe jetzt jeweils einmal das, einmal das alte, einmal das neue gelesen. Ach, wir nehmen jetzt einfach die neue. Ach so, ach das, ich bin dumm. Ich wollte euch das zeigen. Da, so sehen die aus. Ich rede die ganze Zeit davon. Hier, wählt welche Livery ihr wollt und ich zeige euch die. Ja, bitte, so sehen sie aus. Gut. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme jetzt einfach die alte Livery. Tango Whisky Simulations, moin. Mir geht es super. Ich hoffe, dir auch. So, dann machen wir mal den Livery Manager zu. Dann gibt es für den Ladescreen wieder diesen schönen Bildschirm hier. So, dann Generate Flight. Ich mache nebenher schon mal die Route fertig. Telefon. Ich mache den Säber. Denn ich möchte. Ich mache den Säber. Vielen Dank. 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 Das geht nicht mal eben so, dann ist doch schon etwas Größeres mit dabei. Wenn man auf Wetzel angeschrieben wird und die Leute sich freuen, wieder eine MD-11 zu sehen, das ist schon nett, Stulle. Das ist doch schön. So, Fenix 3. Das ist schon mal wiederum, dann könnte man einiges fliegen, das kann sein. Kann man eigentlich ein Steuerungsprofil von einem MS-2020 in einen anderen SIM exportieren? Nee, ich glaube nicht. Das ist ja nicht so, das ist ja auch schon mal wiederum, das ist ja eine geile Livery. 30, alter, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber gut. So, und er will auf was? So, und er will auf was? So, und er will auf was? Tree 6? Ja, er will auf, nee, Tree 4. Okay. Gut, das können wir auch. Gut, damit haben wir auch einen Flugplan. Da stand eben noch ein 3.21, nee, und jetzt ist er weg. So, jetzt bin ich auch da. Sehr schön. Da steht ein A320 von, was ist das? Cruzeiro oder irgendwie sowas, irgendwas brasilianisches. Ja, Cruzeiro, das ist brasilianisch. Aber immerhin A320. Du hast bei mir übrigens eine richtig geile Livery, ne? Nur so nebenbei. Also, das sehe ich auch gerade, ja. Die habe ich zwar eigentlich nicht, aber ja. Ja, das ist irgendwie... Keine Ahnung, was das sein soll, aber... Hat der sich eigentlich meine Sichten... Nein, hat er nicht. Okay, ich muss mir alle Sichten neu einstellen. Ich musste den Fenix 320 mal neu installieren. Äh, die Story kennen einige schon, aber ich war ja mal Teilnehmer vom Beta-Programm des, äh, MSFS, weil ich euch die neuen Avionics zeigen wollte. Die gab es im Vorabzugang, aber nur für Beta-Teilnehmer, deswegen habe ich mich da angemeldet. Dann hatten wir einen Stream. Dann habe ich mich aber irgendwann wieder abgemeldet, weil mein Fenix A320 nicht funktioniert hat in der Beta. Aus was für Gründen auch immer. Auch nach einer Neuinstallation vom 320 ging es nicht. Dann hat er mir aber beim Abmelden der Beta den kompletten Sim gekillt. Der war weg. Alles. Alles gelöscht. Nicht einfach nur irgendwie... Ging nicht oder so, sondern gelöscht. Komplett weg. Äh, steht aber tatsächlich in der Readme von Microsoft drin, dass das passieren kann, wenn man sich vom Beta-Programm abmelde. Abgesehen davon, dass das ein total... Das ist so ein Brain-Fuck-Fehler. So, what the fuck, warum passiert das? Davon mal ab. Hat es natürlich dann ewig gedauert, den ganzen Schrott wieder zu installieren. Vor allen Dingen die Szenerien und Flieger, die ich dann hatte. Das hat er mir natürlich auch meine ganzen Sichten da gekillt. Das heißt, ich werde die alle nochmal neu installieren müssen. Beziehungsweise neu festlegen müssen. Aber das ist ja zum Glück nicht so wild. Kann man ja quasi festlegen. 1-5-5-0 hat er gesagt. Vielleicht, Hill, darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Muss ich mal schauen. Ja, und das ist wirklich zum Kotzen. Ja, hier muss man ja weg, weg machen. Du hast halt eigentlich gar nichts gemacht. Und trotzdem musst du auf einmal alles neu installieren. Und das halt mega ätzend. Vor allen Dingen, weil halt auch deine ganzen Sichten und so weiter weg sind. Immerhin schön, dass er sich die ganzen Tastenbelegungen und so alle gemerkt hat. Warum habe ich den Ton von deinem Better Pushback? Nein, ne? Ja, da war Ton an. Ich sehe nicht. Vielleicht voll durch die... Durch die... Durch die... Mittschirmübertragung, ja, ja. Wo ist denn jetzt mein Heckgasgerät? So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier nochmal eben den Flieger konfigurieren, weil du ja auch je Livery... ...die ganzen Settings alle festlegen musst. Für jede Livery einzeln? Ja, für jede Livery einzeln. Das ist aber ein bisschen... Ist etwas ätzend, ja. Und hier ist gerade mega Weltuntergang. Alter. Alter, kommt von Wasser runter. Leck mich am Arsch. Mars-Regenradar gucken, was ist denn hier bei uns so los? Boah, hier ist gerade Weltuntergang. Das ist hier richtig stockduster. Lol, ich sehe das gerade, was da bei euch los ist. Alter Schwede. Ja. Hier oben ist einfach nichts. Ja, schön. Ist gerade mein Handy auf meine Maustaste gefallen, das hat den Browser geschlossen. So, Airframe, was haben wir denn hier? Nein, ich möchte Isis bitte haben. FLS will ich haben. Nothing go around. Break fans bitte. Cabin lights gehen off. Die sind nervig. Independent? Nö, linked. Das ist gut. Das brauche ich nicht. Ich möchte bitte die ganzen Callouts haben. Distance ist Meters, Pressure ist Hectopascal, Weight ist Kilogramm. Das ist super. Und Safety voll. Config Safety. Sehr schön. Alles klar. Dann werden wir jetzt mal den Flieger beladen. Und jetzt frage ich mich gerade, von wo das ging. Hier. Wenn man lange nicht mehr geflogen ist. So. Wir brauchen an Sprit 10,7 Tonnen. Ähm. Ja, wegen dem Preis Wind. Ich brauche 11,2. 10,7 Tonnen. Dann. Sollen wir ein Grossweight von 70,7 Tonnen haben. Ich glaube, das geht im Phoenix gar nicht. Aber bei doch. 70,7 Tonnen. Das war zu weit. So. 70,7 Tonnen ist unser Grossweight. Ich brauche. Mir ist gerade die SSD abgeraucht mit X-Pen 11, X-Pen 12, FSX. Noch Fragen? Ja, warum installierst du 3 Sims auf einer Festplatte? Aber gut. Gut. Das weg. Load Aircraft instant, bitte. So. Amtour 73.5. Da sind wir noch ein bisschen drunter. Das ist gut. Dann können wir jetzt daran gehen, hier mal ein wenig unsere Lichter anzuschalten, dass man auch mal was sieht. Und dann programmieren wir hier unser FMC oder unsere MCDU, wie es ja im Airbus eigentlich so schön heißt. Wir fliegen heute von November Triple Whiskey nach Yankee Hotel Bravo Alpha. Wir sind die Answer to Golf. Wir haben als Alternate Wo ist es? Ich würde da gerne draufdrücken. Danke, Brissbane. Kost Index. Simbrief. Was schlägst du vor? 60. Und eine Cruising Altitude von Level 3. 4-0. Blind Eye. Ich mache es tatsächlich aber auch so. Ich habe eine Festplatte. Eine HDD mit irgendwie 17 Terabyte oder so. Da hatte ich auch für ein Elfer die ganzen Szenerien drauf. Und das Schöne ist ja, ich habe sie einfach in den 11er und den 12er verknüpft. Den 11er gibt es bei mir mittlerweile nicht mehr. Den habe ich deinstalliert, weil ich nur noch einen 12er benutze. Da habe ich eine ganze Festplatte mit frei gekriegt. Eigentlich ganz geil. Und ich streame quasi. Ich habe das mit Verknüpfung da drin. Also ähnlich wie du. Ich weiß, Home-Server ist noch ein bisschen was anderes, aber das Prinzip ist ja ähnlich. Mache ich das dann auch auf meinen X-Plane. Und wenn ich mal neu installieren müsste, hätte ich zumindest meine ganzen Szenerien alle safe und könnte die einfach mit Rechtsklick Verknüpfung erstellen, wieder da rein tun und dann hätte sich das erledigt. So. Das habe ich nämlich gemacht. Als ich X-Plane 11 gelöscht habe, habe ich nur den Custom-Scenery-Ordner da gelassen, damit ich die Szenerie noch verknüpft lassen kann. Weil ich ja vom 11er in den 12er verknüpft habe teilweise. Hast du schon gebraucht, Und das jetzt alles wieder raussortieren. 1-1. 1-1, okay. Oh, Gewitter. Hier ist Gewitter. So, Nisa-Tree-Echo ist unsere Departure. Ich finde es interessant, dass ich die in der Navigraft-Charts nicht sehe, aber hey. Von da aus direkt Tebur. Ist doch da die Nisa-Tree-Echo. Klar ist die da. Dann. In meinen Navigraft-Charts hat Lanomea keine SIDs. Da ist der Tag. Okay. Okay. Bei mir steht Runway-1-1-D-Partners und dann hast du eine Karte mit dem ganzen Sitz. Mepen. Dann Guki. Dann Bravo November. Das ist das Brisbane Viewer. Ach du Scheiße. Äh. Ich denke aber mal, es ist wohl das da. 113,20. Ich gucke noch mal nach. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. 781 nautische Meilen. Ja. Das ist das. Bixart. Gut so. Das ist gut so. Er wird zwar nicht so geschrieben, aber es ist trotzdem gut so. Und dann Hotel Bravo Alpha Echo Charlie. Hallo. Ich würde da gerne draufklicken. Danke. Insert. Den Rest machen wir da bezüglich später. So. Dann brauchen wir jetzt die Init Bravo Page. Wir haben als Block Fuel 10,7 drin. Aber die Werte da, die brauche ich gerade noch mal eben. Das brauchen wir. Zero Fuel Weight und Zero Fuel Weight CG. Das ist 59,9 und 31,5. Hallo. Dann gibt es noch eine Performance Page und für die müssen wir jetzt hier tatsächlich gerade mal eben dort hineingehen. Dann sinken wir einmal unser Load Sheet, sinken das Live-Wetter. Runway 1,1. Das ist alles in Ordnung. Optimum. Passt perfekt. Invalid. Ach so. Take-off-Wade. Ich habe doch gesagt, du sollst das sinken. Calculate. 2,3,5. Okay. Dann haben wir eine Flex von 60 und down 0,1. Damit ist unsere Take-off-Preparation completed. Ich kann eben hier mein Schubhebel konfigurieren, dass der gleich nicht einen Abgang macht. So. Flight Director ist on. Der ganze Quatsch ist auch soweit. Und dann würde ich sagen, stelle ich hier mal die Frequenz ein und dann melden wir uns mal eben bei dem Kollegen. Was hatte der? 118,1, ne? Kann schon mal anschmeißen. Kann schon mal aufhören, wenn das. Tau, I allow again NZ2 Golf at La Nomea with request clearance to destination Yankee Hotel Bravo Alpha. NZ2 Golf is cleared to Yankee Hotel Bravo Alpha via NZ3 Echo departure. Runway 1,1 initially climbed 6000 feet and the squawk is 4,2,5,4 departure is with you. Answer to golf. So. Wir können hier tatsächlich schon eine höhere Höhe einstellen, weil nur der Tower da ist. An demzufu... Oh Gott. Meine Fresse. Das mag ich auch nicht am MSFS. Eine Mausumdrehung stellt normalerweise 1000 Fuß um. Wenn du jetzt aber mehrere Mausumdrehungen hintereinander machst, dann interpretiert er das als du willst schneller. Und dann stellt er auf einmal 5000 Fuß, 10.000 Fuß um. Das ist im X-Play nicht so. Und das finde ich hier ein wenig sehr umständlich. Weißt du, du musst immer warten. Eine Mausumdrehung, warten. Eine Mausumdrehung, warten. Eine Mausumdrehung, warten. Das ist etwas ätzend. So, 1018. APU läuft. Bacon Light geht an. Und ich werde mal GSX ranholen hier. Das stimmt nicht, GSX. Was? Ist das ein zu kleines für dein Flugzeug? Ja. Ah. Hier regnet es weiter. Hallo Captain, wir sind bereit für pushback. Riechtet das hier wirklich? Nee, also in echt rechnet es da nicht. Das Ding heißt Schinkenlicht. Das ist eine geile Bezeichnung. Ich kann nicht garantieren, dass ich das immer sage, aber das ist auf jeden Fall eine coole Bezeichnung. Passt ja sogar, leuchtet rot. Schinken ist auch rot, habe ich mir sagen lassen. Manchmal zumindest. Lock in gear. Ja, genau. Wir haben das Schinkenlicht, unsere APU blutet. So, gucken wir mal eben. Answer to Golf ist ready for push. Answer to Golf push approved. Push approved answer to golf. Dann, äh, ich weiß ja nicht, Sven, wo willst du denn hin? Fast, fast, fast. Okay, dann. Dann, äh, nose, lift, tail. Release sparking brakes. Squawk military. Release sparking brakes. All engines clear, start at will. Thank you very much. Engine start. APU ist auch nur ein fuel to noise converter. Ja, ja. Ich spreche, ich hab nix. Metzger. Aber wir können uns leider den Triebwerkstart jetzt nicht von eben anhören, weil ich noch keine Sichten konfiguriert habe. The fuck, was passiert hier denn? Was ist da denn los? Aber das sieht... GSX, ey. It never fails to amaze me. Der driftet mich rückwärts, der Wagen. Und du hängst wieder mit der Nase im Boden. Ja, das ist ja normal. Das ist ja nix Neues bei GSX. Ach lol, der pusht mich auf die Linie hier. Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber das ist gut, weil dann kannst du nämlich da links an mir vorbei. Musst ein bisschen Platz halten, aber das passt schon. Das ist ja nix. Ich bin der Fall von der Karte, Zuno-Taxi, Whisky, Bravo, Flamme, Fire, runway 11. Set parking bricks. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Ja, Stunde, das funktioniert, aber nicht immer und dann hast du ein Problem, dann kommst du nämlich nicht mehr aus dieser Ansicht raus. Den Fehler hatte ich ein-, zweimal und deswegen, es gibt so eine Quick-Edit-Pushback-Variante, kannst du machen mit GSX, aber wie gesagt, kann das halt dazu führen, dass du dann in dieser Ansicht da gefangen bist und dann nicht mehr rauskommst und dann musst du ein Simba in. Das ist ein bekannter Fehler, den beheben die aber nicht, keine Ahnung warum. Finde ich etwas dämlich, deswegen funktioniert das nur so. Das funktioniert in der Regel an sich ja eigentlich auch ganz gut, war jetzt hier wegen dieser Linie halt etwas dämlich. Unlocking gear Tau track disconnected, bypass been removed Ja, das Pushback-Tool ist ziemlich gut eigentlich. Ich habe mir GSX eigentlich auch nur wegen des De-Eisen gekauft. Das ist, äh, dass es Pushback kann, ist eigentlich geil, das stimmt, aber ich habe es mir wie gesagt nur geholt, damit ich damit die Eisen kann. Mein Gott, was ist denn hier heute mit in? Es ist nicht ein Bug, es ist ein Feature. Wer wollte nicht immer schon mal in GTA-3-Stil fliegen? Ach, herrlich. Ja, ja, gucken wir mal auf die Charts, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. So. Ansatz 2 Golf-Request-Taxi. Ansatz 2 Golf-Taxi, Whisky, Holding Point, Bravo, Runway 11. Taxi, Whisky, Holding Point, Bravo, Runway 11, Ansatz 2 Golf. Das heißt, wir müssen jetzt erst mal warten, bis der Spender seinen Hintern in die Luft bekommen hat. Äh. Das ist eine gute Aussage, die passt. So, Parking Brake, Release. Okay. Okay, Brake Check. Pressure Zero und ab geht's. Okay. Okay. Dann kann ich die Zeit, die wir da warten, mal nutzen, um mir da Sichten einzustellen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wahrscheinlich weil ich ein anderes Mashup als du. Just so as we tell you strike. Und set 2 Gov, backtrack runway 1-1 Backtrack runway 1-1, und set 2 Gov Tawahalo, Lufthansa 650 at stand 1, information echo requires clearance to Yankee Hotel Alfa Bravo Tawahalo, Lufthansa 650 at Tawahalo, Hervie Bay, Nises Plan Route, Nises 3, Echo Departure runway 1-1 Climationally 6000 feet, Quark 4064, Departures with me I'm clear to Yankee Hotel Alfa Bravo, Missa 3, Echo Departure runway 1-1, Quark 4064 6000 feet, Quark, Lufthansa 650 Lufthansa 650 Ich finde es interessant hier beim Phoenix 320, wenn ich den Schub jetzt in Idle zurückziehe, dann wird er leider langsamer Ich kann auch daran liegen, dass wir sehr schwer sind, in echt müsste er aber ungefähr den Speed halten Forder-2-Tanko, Lufthansa 400, dein Anwursch Forder-2-Tanko, Zulu, Roger, Nufrech, ich schliege in 1,228, gut aid 1,228, Forder-2-Tanko Gottseidank Forder-2-Tanko, duft dann zur 60- הה tuvo, ich 좋은 Puz ganze und센 Travel Forder-650, Schach mod P suddenly prouff F Eigencompmpf, Schachfi hari Forder-6-Tanko Und sie sind hier für eine Transition-Valtitude. 18.000 würde ich jetzt schätzen. Ja. Äh, 11. Ist eh egal, weil hier kein Radar online ist. Hm. So, Backtrack. Friedl, moin. So, wir sind ready for departure. Oh, 10.000 Füße. Nice. Ist die Frage, ob der Kollege jetzt auch Interesse daran hat, uns eine Take-off-Clearance zu geben. Muss ich ihm sagen, dass du ready for departure bist. Mach ich gleich mal. Ganz kurz hier eine Sicht einstellen. Alter, das ist das. Na, ich hätte gerne da. Ja, irgendwie sowas Schönes in der Richtung hier. Entschuldigung. Runway 1-1. Clear for take-off. Report 4.500 feet. Clear for take-off. Runway 1-1. We will report 4.500 feet. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, take off. Runflex 60 SRS Runway A Trust Blue. 80. 100. 31. Rotate. Positive climb. Gear up. So, damit wir gleich die Departure ein bisschen besser angucken können. Autopilot 1. Normalerweise fliege ich länger manuell, aber hier kann man halt besser gucken, wenn der an ist. Frost climb, climb A Trust. Amen. Amen. Unter welcher Bezeichnung findet man denn im Phoenix den APU Master und Start in den Steueroptionen? Das ist eine gute Frage, das weiß ich leider nicht. Ich benutze die nämlich nicht, sondern ich klicke das immer an. Daher kann ich dir an dem Punkt leider gar nicht helfen. Fine. Answer to Golf 5000. Answer to Golf Fratu Unicom 1228, ciao. Unicom 1228, thanks for service, have a great evening. You too. So, ab geht's weiter in Richtung nach oben. Das war wahrscheinlich das falscheste Deutsch aller Zeiten, aber es geht. Detchen, moin! So, ab geht's weiter. So, wir fliegen ja nicht realtime, das heißt die Zeiten, die hier stehen, die stimmen nicht. Aber, wenn ich mir hier mal den Flugplan angucke, dann sollen wir 22.01 Uhr da ankommen. Und wir haben es momentan, wo ist die Uhr? Da, 19.56 Uhr. Also sagen wir 20 Uhr, das heißt in ungefähr 2 Stunden werden wir da sein. Das ist gegen 18.55 Uhr. Das ist gegen 18.55 Uhr. Äh, Tätchen, ja. Der Zeitplan für Phoenix ist im Moment, dass die V2 vom A320 ab morgen herauskommen soll. In zwei Blocks. Zuerst der Softwarekram, dann der visuelle Kram. Der visuelle Kram etwas später, wie gesagt, wahrscheinlich im September. Zudem gehören neue überarbeitete Tragflächen, CFMs und die EAEs. Also, das gehört alles mit dazu. Dann kommt gegen Ende des Jahres 3.19 und 3.21 im Expansion Package. Und ganz als letztes kriegen wir dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres die Sharklets für alle drei Fliegervarianten zusammen. Dann aber kompletten 3.19, 20 und 21 mit CFMs, EAEs und Sharklets. Jetzt also quasi fast die komplette Produktfamilie voll. Den kompletten CEO. Vielleicht machen sie auch immer nochmal Neo, keine Ahnung. Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal alle von den CEOs voll. Moin Moin, wie geht's? Hengen, mir geht's super. Ich hoffe dir auch. Ich werde mich jetzt allerdings gleich eben ganz kurz verabschieden, wenn wir irgendwie so auf Crew sind oder so, weil ich mir was zu essen machen muss. Ähm, langsam mal so ein bisschen was Futter heute Morgen. Gegen 8 gefrühstet. Seitdem nichts wieder gegessen. Aber der Phoenix fliegt ja zum Glück sehr gut alleine. Tätchen, ja. Ich mich auch. Vor allen Dingen auf den 3.21. Der 3.19 ist jetzt so okay. Ist halt ein 3.20 in klein. In auch nicht viel kleiner. Und das halt alles. Also, ja, es gibt ein paar Unterschiede und so. Aber ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, finde ich. Der 3.19 ist für mich jetzt also nicht unbedingt so wichtig. Aber der 3.21. Weil der doch ein bisschen anders ist. Er ist etwas größer. Er ist interessanter. Man kann damit ein paar mehr Sachen machen. Er hat andere Flaps, einen anderen Wing zumindest teilweise. Und das finde ich einfach interessant und cool. Also 3.21 freue ich mich auch sehr drauf. Vor allen Dingen, wenn wir die Flieger dann auch noch mit Sharklets haben. Aber da kannst du halt einfach alles mit denen machen. Das wird richtig cool. Das glaube ich, ja. Zumal, ich meine, sie haben ja gesagt, sie wollen den visuell noch besser machen. Und mit Sicherheit gibt es vielleicht so ein, zwei kleine Sachen. Aber ich meine, das Ding sieht ja schon einfach affengeil aus. Da gibt es mit Sicherheit nicht mehr so sehr viel, wo sie noch ansetzen können. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt, was sie da noch besser machen wollen. Ich freue mich auf die 777 und bin auf die 757 von PMDG. Also es wird eine 757 geben, aber die ist nicht von PMDG, sondern von, äh... Nee, von denen sind sie nicht. Ja, die sind... Nein, von Bluebird Simulations wird die 757 sein. Ja, genau. Wollte ich doch sagen. Ich starte eine Petition, Bluebird Simulations soll sich umbenennen... Nee, die 777 wird von PMDG sein. Auf die freue ich mich natürlich auch, klar. Auch wenn die wahrscheinlich visuell bei Weitem nicht so gut wird wie der Phoenix A320 und so atmosphärtechnisch auch nicht. Ich meine, vielleicht machen sie es besser, klar. Aber man sieht es an der 737, wenn man die PMDG 737 mit dem Phoenix A320 vergleicht. Visuell und atmosphärtechnisch hat die 737 aus meiner Sicht keine Chance gegen den A320. Anders sieht es etwas systemtechnisch aus. Aber mal gucken. Vielleicht machen sie es ja besser. Ich will ja auch nichts rumposaunen, was dann am Ende vielleicht gar nicht stimmt. Gespannt bin ich auf jeden Fall. Fliegen und kaufen werde ich es ja auch, ganz klar. Ja, denn es wird auf jeden Fall ein super Flugzeug. Davon bin ich überzeugt. Aber es gibt eben so ein paar Sachen bei der 737, die ich nicht mag, die ich nicht gut finde. Und von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie das eben leider auch bei der Triple Servant dann am Ende einbauen. Aber das werden wir erst sehen, wenn sie draußen ist. Da müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Ach ja, kaum ist man im Wasser. Schon sind die Wolken im X-Plane wieder für den Arsch. Ob das noch was wird? Keine Ahnung. Aber es ist eine Beta. Vergiss das nicht. Weißt du, wer schreibt was, was? Stullert ist geschrieben. Kaum ist man über Wasser, schon sind die Wolken wieder. Ich, 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 das, ist das im Arten? Ich frage mich auch, was da noch geändert werden soll. Vor allen Dingen. Ja, also wenn du jetzt, wenn du jetzt bei mir guckst, was soll da geändert werden? Ja, das können die nicht sehen, Sven. Achso, ja. Aber du kannst es dir zeigen. Genau, ich kann es dir zeigen. Und ich versuche das jetzt gerade mal eben ganz kurz. Äh, ich kann auch hier irgendwo Teilnehmer ohne Video anzeigen. Genau, zack, das weg. So. Ähm. Wo ist Bildschirmaufnahme? Da. Da ist, da ist. Endlos schleife. So. Endlos schleife? Bitte, da. Jetzt sieht man dein Bildschirm. Aha. Ich sehe OBS. Ah ja, das ist alles ein bisschen verzögert. Ja, das hat ungefähr 10, 15 Sekunden Verzögerung. Ich finde die Wolken jetzt nicht für den Arsch. Also es gibt immer noch Fehler, klar, die hatte ich auch schon. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es noch eine Beta ist. Eine Beta ist halt dafür da, dass solche Fehler erkannt und damit dann behoben werden können. Ja, eben. Wobei ich allerdings dazu sagen muss, dass X-Plane 12 jetzt vor allen Dingen mit der Beta 06 also einen wirklich gigantischen Schritt nach vorne gemacht hat, was die Wolken angeht. Das ist wirklich bemerkenswert, wie gut die geworden sind. Lassen wir mal gucken, ob ich hier bei mir ein MSFS-Wolken habe. Ja, da hinten kommen welche, aber ich bin ja auch noch nicht so weit wie du. Du bist ja einen ganzen Ticken vor mir. Also wenn ich da gleich mal bin, können wir ja mal vergleichen. Aber ich denke, dass die Wolken im X-Plane zumindest einige davon sich nicht mehr vor denen im MSFS verstecken müssen. Es gibt sicherlich noch Beispiele, wo der MSFS Sachen besser macht, klar. Aber das ist nicht mehr die Regel. Das denke ich eigentlich nicht. Eben, denke ich nämlich auch. Unrack, boin. Über dem Land sehen die schon ganz schick aus. Über dem Wasser hat das Öftere nicht mehr. Aber gut, da gibt es auch noch keine Wetterstadt. Ja gut, das ist vielleicht auch ein Problem. Mag ich sehen, schönen guten Nachmittag. Jo, äh, schönen guten Nachmittag zurück. X-Plane ist immer noch in der Beta, dachte der sei... Nein. Erwähre ich einen Insight. Nicht, dass hier Missverständnisse entstehen. X-Plane 12 ist nicht in der Beta, sondern in der Vollversion draußen. Aber es gibt Updates, die immer wieder nachgereicht werden von Laminar Research, also dem Entwickler. Und die Updates, die momentan kommen, die sind in der Beta zum Testen draußen. Das ist das, was ich eben meinte. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil nicht der Sim in der Beta ist, sondern das Update für die Wolken und die Performance. Die sind in der Beta. Das ist das, was ich meinte. Das ist wesentlich, das zu unterscheiden. Bitte nicht verwechseln. Alter Sven, bei euch da unten ist aber Weltuntergang, oder? Also, wenn ich eben aus dem Fenster gucke, dann... Nö, jetzt aktuell nicht. Es regnet. Aber Weltuntergang kann ich jetzt nicht sagen. Vorhin war kurz Weltuntergang für ein paar Minuten, ja. Das wurde auf einmal innerhalb von 10 Sekunden richtig stockduster. Und danach war wieder gut. Und jetzt, ja, regnet es halt die ganze Zeit. Du eine Scheiße! Wir hatten noch nicht genug Regen. Ja, ist wirklich so. Vor allen Dingen auch gestern. Ich bin gestern von der Arbeit nach Hause gekommen und ich musste unbedingt meinen Rasen mähen, weil der gefühlt schon einen halben Meter hoch war. Nein, Leute. Und dann war ich mit Rasenmähen fertig und dann fing er halt wieder anzurechnen. Ich hab gedacht, wirklich kürzen können. Wirklich. Und jetzt heute auch wieder den ganzen Tag. Wollt braus ein bisschen was im Garten machen? Geht nicht. Wollt eine Runde fliegen gehen? Geht nicht. Mal gucken. Morgen Nachmittag vielleicht. Morgen soll einigermaßen trocken bleiben. Gucken, ob ich dann... Letzte Woche war es bei mir so, dass ich... Also normalerweise fahre ich eigentlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil sich das halt anbietet. Es ist nicht so weit. Macht Spaß. Man betätigt sich ein bisschen körperlich und so, ne? Und vor allen Dingen, weil ich ja relativ früh meistens zur Arbeit muss, ist das auch für mich eine gute Sache, um wach zu werden. So. Hätte ich morgens auch gut mit dem Fahrrad fahren können, weil es trocken war. Aber teilweise nachmittags, wenn ich dann fertig mit der Arbeit war, nach Hause war, derartige Wolkenbrüche. Also ich wäre nass bis auf die Knochen geworden. Das wäre so gewesen, als hätte ich mit Klamotten geduscht. Und deswegen, ich bin vier Tage von fünf mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Und das war die absolut goldrichtigste Entscheidung. Weil, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich so nass geworden am Ende. Und den fünften Tag bin ich nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn gefahren, weil sich das anbietet, weil ich da nicht fahren konnte. Aber, ja. Norddeutsches Kühlwetter nennt sich das. Ja, stimmt. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, zwischendrin, das Bescheuerte dabei ist ja, du weißt ja nie genau, ob das dann wirklich bei dir regnet oder nicht. Weil du hast halt zwischendrin ja auch mal diese etwas längeren, sonnigen Passagen. Und das ist ja immer dieses Schauerwetter. Das ist ja nicht, dass sich diese flächigen Niederschläger ausbreiten, sondern es ist ja immer, dass es ab einer gewissen Uhrzeit einfach anfängt zu quellen. Und da bilden sich dann halt Schauer. Aber da kannst du ja im Voraus nicht sagen, wo die sich bilden und wo genau die langziehen. Und von daher ist das halt ein Problem. Das heißt, du kannst zwar morgens durchaus trocken zur Arbeit kommen, nachmittags halt aber pitschnass werden, wenn du zurückfährst. Und das ist für mich halt ein Risiko, was ich nicht eingehen will, weil das einfach Kacke ist. Stefan, moin. Tätchen schreibt, er sei momentan auf Mallorca. Hier sind 30 Grad. Darf bloß nicht auf die Wetter, als in Nürnberg schauen. Nerv uns doch mehr damit. Pack dir Eis drauf. Ja, ja. Das Bescheuerte ist ja, dass mein Urlaub leider erst im Oktober ist. Ja, was willst du machen? Ja, du wolltest noch weg, ne? Ja, wenn du mit einer Freundin zusammen Urlaub kriegen willst, dann geht das halt manchmal nicht anders. Wollt ihr nicht mal irgendwo hin? Ja, wollen wir. Wird wahrscheinlich Nordsee werden. Mit der Hoffnung, dass das Wetter gut genauer dafür ist. Oh je. Der Nordsee ist ja bei Dio, meine klar. Ja. Also ich gucke ja ursprünglich nicht von hier und deswegen. Da war es noch nie dran. Wo kommt sie denn her? Ursprünglich aus dem Osten. Aus dem Osten. Ach ey. Aus dem Osten Deutschlands. Da war ich jetzt nicht aus Russland oder irgendwie sowas. Naja, das war mir schon klar. Weil es sei davon aus dem Säuse. So, by the way, hier kommen jetzt Wolken. Sind ein bisschen zu wenig, um das zu beurteilen. So von deinen Wolken her. Aber ganz ehrlich, nach dem, was ich eben gesehen habe und nach dem, was ihr eben auch gesehen habt, verstecken brauchen sich deine Wolken aber sowas von überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Also. Bei dir sind halt ein paar mehr Wolken als bei mir. Vielleicht kommen da bei mir da hinten auch noch mal ein paar. Aber das, äh. Die brauchen sich nicht zu verstecken. Aber was sind wir denn hier? 32. Sind gleich auf 3,4. Aber ich bin auf 3,7. Das ist interesting. Da hinten ist schon der Equal Time Point. Was haben wir denn hier? 22.22 mittlerweile. Na gut, bei dem Wind. 3,98 Ground, ey. Ich hab 364 Ground. 300 was? 64, 65. Ich hab 105 Knoten auf der Nase. Na gut, vielleicht wird es ja bei mir auch noch mehr. Ich bin ja auch noch nicht oben. Achso, du bist ja auch auf 3,7. Na, ich geh nur auf 3,4 wegen des Windes. Ja, ich hab gedacht, dass der oben vielleicht noch weniger ist, aber... Habe mal eine Frage zum Phoenix. Wenn die V2 rauskommt, dann ist das Flugzeug vollständig ausgereift oder wie kann ich das verstehen? Äh, ich weiß nicht, Stefan, ob es dann vollständig ausgereift ist, weil das eine Frage ist, die glaube ich nicht zu beantworten ist. Einige Leute wollen mehr das, die legen mehr Wert auf Systeme, andere legen mehr Wert auf Visuelles, auf Atmosphäre. Vollständig ausgereift bin ich mir nicht sicher, ob das also überhaupt möglich ist. Sehr weit ist er jetzt aber auch schon, deswegen denke ich mal, er wird damit sehr, sehr viel weiter sein. Also wirst du damit ein ziemlich geiles Flugzeug bekommen, das denke ich schon. Zumindest basierend auf dem, was Phoenix bisher abgeliefert hat, nämlich mit der jetzigen Variante, die wir hier im Übrigen fliegen. Ähm, es wird also eine wesentliche Verbesserung vom Flieger sein, sowohl visuell als auch von den Systemen her. Und basierend darauf kommen dann halt Ende des Jahres auch noch 319 und 321. Welches Bundesland im Osten? Das ist eine gute Frage, Moment. Du musst es jetzt ernsthaft fragen. Welches Bundesland... Also die Stadt kann ich dir sagen, kein Problem, aber das tut hier nichts zur Sache. Das ist Privatsache, aber das Bundesland, da muss ich jetzt mal eben gucken. Warum ist Google Maps bei mir, bitteschön, in Silver Springs? Und wo ist das? In Florida. Was will das denn da? Was will das denn da? Äh. Das müsste doch eigentlich... Ich weiß nicht, müsste das Mecklenburg-Vorpommern sein? Ich guck mal eben. Ne, Brandenburg. Ah. Ja, das ist wirklich im Osten. Ah, Aussie. Ich gebe das hier ein. Was kommt? Anreise. Und was ist da zu sehen? Eine 254. Toll. Ne. Hast ja. Ja, zum Osten, ne? Ja. Die älteren abgerundeten Displays für den Phoenix wären auch sehr geil. Zumindest als Option, ja. Weil ich kenne jetzt mehrere reale Airbusse, wo es tatsächlich relativ interessante Kombinationen aus allen möglichen Avionics gibt. Es gibt welche, da sind die alten abgerundeten Displays drin. Die haben dann auch eine alte MCDU. Es gibt aber auch welche, da sind die alten abgerundeten Displays drin und die haben eine neue MCDU. Das gibt es aber auch umgedreht. Das habe ich alles schon in echt gesehen und das ist schon sehr interessant. Deswegen fände ich es cool, ja klar. Ich glaube aber ehrlicherweise nicht, dass es deren Top Priority ist, sondern eher, dass sie jetzt hier die Sharklets, neun Triebwerke, also die IAEs und 319, 321 bringen. Und wenn das dann fertig ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie über solche Sachen nachdenken. Aber vorher glaube ich nicht, dass wir dazu was hören. Ja, und die Airbusse mit den Sharklets, aber erst 2024, soweit ich weiß. Genau, also die Sharklets für alle Airbus-Varianten kommen dann erst Anfang 2024. Vorher kriegen wir aber den ganzen Rest. Aber da ich mir jetzt im nächsten Jahr einen neuen Fusi-Rechner bauen werde, freue ich mich umso mehr. Ja, ich glaube auch, dass wir uns da sehr drauf freuen können. So basierend auf dem, was Phoenix bisher abgeliefert hat, glaube ich schon, dass das Ding eine echte Granate wird. Oder die Dinger, denn es werden ja dann mehrere sein. Grüße aus Sachsen-Anhalt. Ja, also ich bin ja hier in Bremen, ne. Ich habe mal eine Frage. Ich bin nebenbei MSFS am Installieren und will diesen nicht auf C installieren. Er will das Update für Premium Deluxe auf C. Kann ich einfach einen neuen Ordner auf D erstellen? Ja. Du kannst einfach, wenn du eine Festparte hast, wo du den hin installieren willst, kannst du das da hinpacken. Musst aber darauf achten, dass du ihm dann auch sagst, dass er da hin installiert werden soll. Genauso wie wenn du Updates installierst, weil er am Anfang, das kann tatsächlich vorkommen, das macht er bei mir auch immer, jedes Mal, wenn er Updates installieren will. Da verstellt er den Pfad für die Updates. Da verstellt er die auf den eigentlichen Standardpfad, den er bei der Installation haben will, wo ich ihn aber auch bei mir gar nicht hin installiert habe. Beispiel, er will die Updates immer auf C installieren, was richtig wäre, wenn der Sinn da wäre. Da ist er bei mir aber nicht, sondern der ist bei mir auf O. Und das ergibt keinen Sinn. Das macht er aber jedes Mal falsch und ich muss jedes Mal bei der Installation von Updates manuell diesen blöden Pfad umstellen, damit er den wieder findet. Das ist total beknackt, ärgert mich auch, aber es gibt Schlimmeres. Das musst du auf jeden Fall beachten, aber ansonsten dürfte das eigentlich kein Problem sein. Also einfach ein Ordner-Update, was? Ein Ordner-Update erstellen? Nee, nein, nein. Wenn du den MSFS installierst und du ihn auf einer anderen Festplatte installiert hast, musst du, wenn du ihn updaten willst, im Updater, da geht dann ja so ein Fenster auf, und da wird unten so ein Pfad angezeigt, musst du in diesem Updater den Ordner auswählen, wo du den MSFS hin installiert hast. Du musst dafür keinen neuen Ordner erstellen, sondern du musst nur einen Ordner erstellen, beziehungsweise eine Festplatte auswählen bei der Installation des MSFS selbst. Da ist das dann wichtig. Und wenn du Updates installierst, im Updater vom MSFS. Aber für die Updates musst du selber keinen Ordner erstellen. Das ist nicht nötig, nein. Da habe ich gerade das Gefühl, dass das hier jetzt auch gleich regnet. Nee, so überhaupt nichts unterwegs, ne? Aber so südlich von so einer Linie, ähm, Damme-Hannover-Magdeburg, da ist gerade richtig die Post abgehend mit Gewitter und allem. Keine Ahnung, ob das nochmal hierher kommt, aber... Irgendwie glaube ich das nicht. Morgen soll Kackwetter werden. Sind wir eigentlich mittlerweile angekommen? Ja, ne? Gruß. Bäh. Ich lasse die Sicht hier mal eine Weile stehen. Ich werde jetzt gerade mal eben ganz kurz einen Timer erstellen, weil ich mal eben ganz kurz was erledigen muss, auch noch ein bisschen was zu essen machen will und so. Ich bin also eine kurze Weile nicht da. Dauert aber nicht lange. Ja, so damit ihr jetzt wisst, wie lange das dauert, werde ich mir mal eben hier so einen Timer erstellen. Für... Sagen wir so. Das machen wir mal so und dann gucken wir mal, wo ist der denn hier? Da. Da oben läuft gerade so ein Timer. Aber wo auch immer der in grün ist, das will ich nicht. Ich mache ihn mal in rot und verschiebe ihn mal, keine Ahnung, da hin. Äh, ne. Ich würde gerne das da verschieben. Und das würde auch rot. So. Jetzt frage ich mich nur, warum das jetzt hier... Oh, das ist besser. Alles klar. Ich gehe mir was zu essen machen, ein paar Sachen erledigen, bin wieder da, wenn der Timer abgelaufen ist. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß, aber viel passiert tut ja eh erstmal nicht. Ich mache noch mal ein bisschen Musik an im Hintergrund. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis später. Bis June. Bis tomorrow. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 2, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 So, ich futter dann mal eben was und wenn ich damit fertig bin, dann können wir uns, wenn ihr dazu Lust habt, mal gemeinsam die Approach Charts angucken. Viel anzugucken ist da nicht wirklich. Es gibt ja eigentlich auch nur eine, nämlich die für den Arnav Approach, aber da ist ja am Ende auch nochmal eine Airport Chart mit bei. Da können wir nochmal drauf gucken, wenn ihr wollt. Aber ich werde das erstmal essen. So, ich werde das erstmal essen. So, ich werde das erstmal essen. So, ich werde das auch machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich weiß nicht, wie da eine Internetleitung ist, daran hängt es sehr, sehr stark und wie der ein Rechner ist, weiß ich auch nicht, das ist auch so ein Problem, weil erstens muss der MSF es natürlich eine riesige Masse an Daten runterladen und zweitens hat er das Problem, dass er nicht erst alles runterlädt und dann verarbeitet, also installiert, entpackt und so weiter, sondern er lädt ein Paket runter und dann wird das entpackt und installiert, dann wird das nächste Paket runtergeladen und das entpackt und installiert und das macht er immer weiter. Ja, und das zieht natürlich den gesamten Prozess unfassbar in die Länge, macht ihn sehr viel länger, als er eigentlich sein müsste. Und je nachdem, wie halt die Internetleitung ist, kann es halt sein, dass das damit deutlich länger dauert, wenn es ja nicht so gut ist. Bei mir hat das Ganze, meine ich, drei Stunden gedauert, den zu installieren. Ich habe allerdings auch eine 200.000er Leitung, das ist eine 200.000er, kommt auf jeden Fall der Menge an und deswegen denke ich mal schon, dass das damit auch da liegt. Ja gut, 50 Ambitz bei mir kommen 200 Ambitz an, also das wird schon seinen Effekt haben, da gehe ich mal ganz stark von aus, ja. Kito, den kenne ich tatsächlich gar nicht, muss ich nachher mal googeln, was das für ein Ding ist. Aber wenn du sagst, dass der so gut ist, wäre das ja vielleicht auch eine Sache. Ja, erwähne ich eine Zeit, heute würde ich da definitiv nicht mehr mit rechnen, vielleicht irgendwann abends um 23 Uhr oder so, das kann gut sein. Nein, aber basierend auf dem, was er bisher so geschafft hat, würde ich das nicht tun, sondern ihn einfach die Nacht über durchlaufen lassen und dann morgen nochmal gucken. Ja, blind eye, das Ding ist halt, dass der Rechner eine Sache ist zum Entpacken und Installieren, aber dass diese 128 GB oder was er da runterladen muss, das muss halt auch irgendwie durch die Leitung kommen. Und wenn du keine entsprechende Leitungskapazität hast, dann dauert das halt eine Weile, weil egal was du machst, es muss halt irgendwie auf deinen Rechner kommen. Da wäre es halt effizienter, wenn man das alles auf einmal downloaden würde, da wäre die Leitung deutlich besser mit ausgenutzt. Macht er aber nicht, das ist ein bisschen dumm, finde ich, aber kann man nicht ändern. Geht's. Ja. Da wäre es halt eine Weile. Ja. Musik 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 Du meinst den MSF ist über DVD? Ja, das hab ich versucht, das ging bei mir nicht. Da hatte der Windows Defender was gegen Deswegen hab ich mir den dann auch über den Store geholt. Muss ich dann bei jedem neu installieren runterladen, aber das Schöne ist ja, dass wenn man nicht gerade aus dem Beta-Programm rausgeht und einem deswegen der ganze SIM gelöscht wird, der eigentlich so stabil ist, dass man da nichts neu installieren muss. Hatte ich zumindest noch nie das Problem. Musik 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 Am Blind Eye das Schöne an der DVD in dem Fall ist, dass man das halt alles direkt installieren kann. Es dauert halt auch lange, aber wahrscheinlich nicht so lange wie ein Download. Und die Updates finde ich jetzt gar nicht mal so wild eigentlich, weil das ja nicht so viel ist. Es dauert also auch nicht so lange. Das heißt, du lädst dann da halt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mal 20 Minuten runter, wenn es lange dauert. Im Normalfall allerdings eher weniger. Das ist dann halt eine Sache, die musst du kaufen, weil selbst wenn du es online runterlädst, dann hast du dann trotzdem das Problem mit den Updates. Das ist eigentlich immer gleich. Das sind nicht die eigentlichen Displays. Das sind wahrscheinlich die Normals hier oder die... Texturen für den Dreck da drauf, aber das sieht schon nicht lustig aus. Actors, moin! Ja, ähm... Der Wind ist immer noch toll. Aber auch nicht anders zu erwarten. Immerhin haben wir jetzt in ungefähr 70 Meilen Descent. Das heißt, wir kommen jetzt so langsam in einen Bereich des Fluges, wo man ein Ende absehen kann. So, mal gucken, was er da nachher draus macht. Na gut, bleiben da ja bei Damme. Das ist eine technische Möglichkeit, die wahrscheinlich die allerwenigsten nutzen. Na, Leute, die davon Ahnung haben, die sich das selber auch hinstellen können, ich denke schon, dass die das machen können. Aber ich glaube, da muss man schon ein bisschen Ahnung für haben. Und ich persönlich denke, dass das sogar für mich auch nichts wäre. Ich bin jetzt zwar nicht unbedingt ein IT-Crack, aber ich maße mir an zu sagen, ich habe doch schon, glaube ich, ein bisschen Ahnung. Naja. Abgesehen davon habe ich halt auch einfach kein Interesse daran, dass die Updates direkt installiert werden. Also ich würde halt schon ganz gerne gucken, was die Community zum Beispiel sagt, ob da jetzt irgendwelche Fehler drin sind oder sowas. Und ob man da vielleicht noch ein bisschen warten muss. Und so mache ich das zumindest meistens. Abgesehen davon komme ich auch oft überhaupt nicht dazu, mir die Updates direkt zu installieren, weil ich einfach gar keine Zeit dafür habe. Das sind dann leider so negative Nebeneffekte, die auftreten, wenn man im Berufsleben ist. Das ist dann leider so. Das ist dann leider so. Das ist dann leider so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es könnte sogar sein, ich habe mir gerade nämlich mal ein Wetterradarbild angeguckt, dass wir tatsächlich sogar durch ein bisschen Regen durchfliegen. Wobei, wahrscheinlich fliegen wir ganz knapp nördlich dran vorbei, aber die ein paar höheren Wolken, die wir da sehen, sind tatsächlich von einem Regengebiet. Gibt es auch mal VFA-Gehopse? Relativ selten tatsächlich. Ich hatte mal eine VFA-Tour, MSF ist auch gemacht. Das ist allerdings auch schon Ewigkeiten her, das war kurz nachdem der rausgekommen ist. Ich habe da momentan nichts geplant. Wenn ich mal fliege, dann ist es hauptsächlich deswegen, weil wahrscheinlich die Mehrheit das möchte, gehe ich mal ganz stark davon aus, hauptsächlich eben diese IFA-Fliegerei. Und das, was halt die Leute wirklich interessiert, ist es auch, wenn zum Beispiel neue Flugzeuge rauskommen. Das sind dann halt aber meistens auch IFA-Fliegerei, so eine 737 zum Beispiel. Oder jetzt wie Phoenix angekündigt hat, gegen Ende des Jahres den 319 und den 321. Vielleicht dann irgendwann auch noch mal eine PMDG-777 oder eine 747 von denen, so was in der Richtung halt. Und das ist dann das, was die Leute sehen wollen. Und jetzt ist, glaube ich, mein Kopfhörer ausgefallen. Wenn der MSF ist funktionierend, oder? Ob die Batterie ist leer? Scheiße. Ich habe gerade gedacht, der Sinn wäre weg, weil auf einmal der Ton komplett tot war. Ich denke mal, die Musik kann man jetzt auch so langsam mal ausmachen. Denn wir konzentrieren uns ja nun auch darauf, wieder dahin zurückzufinden, wo wir hinwollen, nämlich zum Boden. Jetzt werdet ihr die Sonne rein und ich sehe, wie staub ich das hier eigentlich ist. Ich denke mal, ich sehe, wie staub ich das hier eigentlich ist. So. Fünf Weilen bis zum Descent, also würde ich sagen... Ja, nein. Den da möchte ich. Ich drücke mal drauf. Dann haben wir... Descent und Final Approach. Interessant. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich bin jetzt nicht so der super Airbus-Experte. Aber... Müsste der nicht eigentlich erst aktiv werden, wenn wir dann auch inbound des... ...des Punktes sind? So eine gewisse Distanz, weil ich meine, ja, wir sind inbound des Punktes. Aber da sind wir schon ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, ob Matthias Zukunft wahrscheinlich nicht, aber das wäre jetzt wirklich mal interessant zu wissen, ob der echte Airbus das auch macht. Gerade von Boston nach Frankfurt unterwegs. Es ist immer wieder cool zu sehen, wie schnell das Eastbound geht. Ja, damit hast du einen Punkt. Definitiv. Das geht fixer, als wenn du in die andere Richtung fliegst. So, da kommt der Descent Path von oben und der Flieger dürfte jetzt anfangen, die Nase ein wenig in den Keller zu nehmen. Dann fängt er auch an. Jetzt sehen wir da vorne mittlerweile auch ein bisschen mehr von der Küste. Da geht sie lang. Wann ist denn eigentlich mal wieder ein Stream mit Matthias BlindEye? Das ist eine gute Frage. Bisher sind Streams ja eher selten geworden, zumindest in der letzten Zeit, weil ich einfach nicht wirklich Zeit dafür hatte. Ich bin mir nicht sicher, wie das bei Matthias aussieht. Ich werde mich aber mal wieder mit ihm in Verbindung setzen und mal fragen, ob er da irgendwie Lust zu hat. Das wäre vor allen Dingen dann interessant, wenn der Phoenix 321 irgendwann mal draußen ist. Und 319 ist halt jetzt nichts Besonderes. Der ist ja nicht... Na gut, der ist halt etwas kleiner. Aber so von den Systemen her halt nicht so wesentlich unterschiedlich wie so 320. Deswegen wäre das auf jeden Fall mein Anlass, da wieder ranzugucken. Aber auch sonst, vielleicht kommt ja vorher mal ein Aerosoft 330 raus. Da könnte man dann ja auch nochmal drauf gucken. Ansonsten könnten wir aber auch einfach so mal wieder zusammenfliegen. Das wäre natürlich auch eine coole Idee. Ich werde mich dann mal mit ihm in Verbindung setzen und mal fragen, ob er da Lust und Zeit zu hat. Wollen wir gucken mal mal. Ja gut. Aksos, wenn du mit einer 747 fliegst und da mit Decimal 8.5 durch die Gegend eierst oder je nachdem, worauf du die da hochdrehst, 8.9er oder 9er kann die ja. Ich glaube irgendwie nicht, dass man das in der Realität machen würde, eine 747 mit Decimal 9er durch die Gegend zu jagen. Das klingt irgendwie ein bisschen ineffizient, aber im Sim kann man es machen, das stimmt. Vor allen Dingen, weil man in der Realität, äh Quatsch, weil man im Sim ja, zumindest ich habe es noch nie gemacht, gibt ja auch im X-Plane Gude, die Sparky. Die haben, ich habe noch nicht mal ansatzweise die Reichweite ausgereizt, die dieses Ding eigentlich hat. Von daher kann man da auch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Was ich tatsächlich mal gemacht habe ist, ich habe die Reichweite vom Flight Factor A350 mal, mal auf die Probe gestellt. Habe aber feststellen müssen, dass das, was ich da geflogen bin, noch lange nicht Ende, äh Ende. Nochmal von vorne. Habe aber feststellen müssen, dass das, was ich da geflogen bin, weil nämlich Singapur, New York, tatsächlich noch nicht mal ansatzweise Ende war, weil da wäre nämlich locker noch 2 Stunden mehr gegangen. Ha. Ich finde die Singrate im Managed-Modus ziemlich sportlich, gehe gerne 40 bis 50 nautische Meilen vor dem Top auf, die sind manuell etwas moderater nach unten. Ähm, 2.6, 2.7 muss ich sagen, sind jetzt gar nicht mal so interessant. Das gerade eben, da hast du recht, das war seltsam, das war ein bisschen viel. Aber bis zu 3.000 Fuß pro Minute ist gar nicht mal so ungewöhnlich, würde ich jetzt sagen. Wenn man das etwas passagierfreundlicher machen will, klar, dann kann man ein bisschen vorher runtergehen und geht dann nur mit 2.000 Fuß im Descent. Das geht schon, klar. Mache ich aber nie, weil, hä, ist ja nur ein Sinn, ne. In der Realität allerdings hast du recht, zumindest die Ops, die ich kenne, sehen vor, dass man nicht mit 3.000 Fuß pro Minute im Descent geht, sondern dass man das tatsächlich etwas sanfter angehen lässt. Damit die Passagiere hinten nicht aus den Sitzen fallen und irgendwelche anderen Sachen noch durch die Gegend fliegen, die eigentlich gar nicht nach draußen gehören. Ich habe den Phoenix mal komplett voll von Gran Canaria nach Hamburg gejagt und auch noch die ganze Zeit Gegenwind. Ja, die weiteste Strecke, die ich mal mit diesem Ding gefahren bin, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nach Madeira oder so. Also, ich habe mit dem Phoenix tatsächlich noch gar nicht so weite Strecken, mit der PMDG 737, mit der 700er Variante in der Businessjet-Ausführung. Da bin ich beim Cross the Pond mal geflogen von Washington. Ähm, wo sind wir denn da hingeflohen? Ist das wie? Weiß ich gar nicht. Oder Hamburg? Auf jeden Fall irgendwo nach Europa war halt Cross the Pond. Das war schon ordentlich lang. Da wäre aber auch noch was gegangen, ne. Das war auch noch das Interessante, weil Die Business-Variante, die hat ja nun deutlich mehr Tankinhalt, aber wir sind irgendwie neun Stunden oder so geflogen und das hat die einfach weggesteckt und da wäre halt noch was drin gewesen. Das war so das, was mich dann am Ende etwas erstaunt hat, weil ich gedacht hätte, dass das nicht so ist. Zumal wir nur auf Level 340 fliegen durften, weil ich meinen Slot vergessen hatte zu bestätigen. Aber hey, wenn wir dann irgendwann noch höher gekommen wären, dann wäre das vielleicht sogar noch weitergegangen. Servus, wie nach Optimierung kommt mir der V2, Dreamliner, das ist korrekt. Ich finde das jetzt nicht super schlimm, was er macht. Es gibt da so die eine oder andere Sache, bei der ich sagen würde, dass das vielleicht nicht ganz so geil ist, wenn man das in echt machen würde. Aber im Sinn finde ich das jetzt nicht so wild. Ähm, aber du hast recht, wenn du sagst, dass Optimierungen nötig wären. Mit einer vollen Kiste hast du ja auch Speedprobleme bei so einer Sinkrate. Möglicherweise. Wo liegt der beste Platz in einem Flugzeug, wenn es abstürzt? Kommt auf den Absturz an. Vorne, da kommt wenigstens der Getränkewahn vorbei. Und wenn das Flugzeug einen Stall hat und abkippt, dann kommt das nicht nach vorne. Dann fällt das rückwärts runter. Das ist schon passiert. Ja, gut. Im Moment hat er eine Descentrate von 3200 Fuß pro Minute. Das muss ich sagen, ist dann wirklich ein bisschen sportlich. Vor allen Dingen auf der Höhe. Auf 12,5 würde ich das jetzt auch nicht mehr machen. Ich bin mal mit der 7 und mit Auxiliary Tanks volle Paxe, EDDF, RTT geflogen. Zwölf Stunden, da wäre auch noch eine Stunde gegangen. Ich habe es tatsächlich auch mal gemacht. Ich bin von JFK nach Frankfurt geflogen. Mit der 37-800, auch alles voll. Also, da wären, ich meine auch noch ein paar Stündchen gegangen. Ich hatte am Ende noch 4,5 Tonnen drin. Aber ausreizen würde ich es dann vielleicht auch nicht wollen. Ich meine, es ist ein Sinn. Klar, kannst du auch alles mögliche hinterher wieder reinladen, wenn du da Bock drauf hast. Aber das ist nichts, was ich in echt machen würde. Ein FS-Monitor sollte welche Größe haben? Sollte er gerade oder gebogen sein? Ich finde, dass das tatsächlich eine sehr, sehr eigenbezogene Frage ist. Ich persönlich würde sagen, gebogen ist schon cool. Und was haben meine Monitore für eine Größe? 24? Ich weiß es nicht ganz genau. Du kannst natürlich auch einen Fernsehmonitor nehmen. Der ist dann gebogen. Aber da musst du immer so ein bisschen auf die Latenzen achten. Die sind manchmal ganz schön schlecht. Es ist sehr persönlich. Es ist eine sehr persönliche Ansicht. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, einfach mal zu gucken, was für Monitore für dich da am besten geeignet sind. Ich habe Acer-Curved-Monitore. Ich finde die eigentlich ziemlich cool. Nicht nur dafür, sondern auch für andere Sachen. Für Spiegel zum Beispiel. Curved ist deswegen cool, weil sie halt nicht gerade sind. Darfst du weniger Spiegelreflexion und so ein Zeug drauf. Aber es gehen natürlich auch gerade, klar. Fly, moin. Ne, genau 27er sind das, nicht 24er. Jetzt allerdings wäre es schön. So. Wenn ich wieder Sound hätte, würde ich sagen. Habe ich auch. Das funktioniert. So. Wir sind weiter auf dem Weg nach unten. Das QNH war 1026. Das stelle ich doch jetzt auch direkt mal ein. Ja. Da wollte ich hin. 1026. Vorne kommt die schöne Landschaft. Und Airbus hat den Descent verpennt. Ja gut. Also das ist jetzt nun wirklich unter aller Sau, was er da macht. Also mit 3500 Fuß pro Minute auf 9000 Fuß in der Descent zu gehen, weil er den Punkt verpasst hat. Das ist wirklich grenzwertig. Würde ich jetzt auch nicht mal. Ist ein Monitor mit Track-Funktion besser für den MSFS? Stefan, die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Denn ich habe keinen Monitor mit Track-Funktion. Deswegen nicht wirklich eine Ahnung davon. Sagen wir mal ein bisschen Speedbrakes dazu hier. Und dann sehen wir, dass das auch was wird. Okay. So. Irgendwo da vorne hinter einer Wolke ist der Airport. Also irgendwo, na, sehen wir ihn schon. Irgendwo auf der Insel da. Er bleibt ein, nee, nee, hab ich nicht. Ich hab zwei Curved-Monitore hier direkt nebeneinander. Ich nutze meinen Laptop quasi als dritten Monitor, der ist aber nicht Curved. Und deswegen benutze ich auch so die Software nicht. Okay, flaps one. Ah, Klaus, ich bin schon auf dem zweiten. Wir landen jetzt gleich und dann ist auch Schluss für heute. Dann muss ich langsam ins Bett. Muss morgen leider früh aufstehen. Also ungefähr, ich würde schätzen, 20 Meilen bis zum Airport. Nee, 15. Da ist er. Da vorne. Ich bin gespannt. Kann ich Approach drücken? Ja, kann ich. Okay. Interessant, was er jetzt macht. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Okay, dann müssen wir mal eben die Speedbrakes dazunehmen. Irgendwie ein Problem hat er hier. Dennis, Grüße aus Deutschland zurück. Keine Ahnung, was das jetzt für eine interessante Aktion war. Okay. Okay, Speedbrakes rein. Flaps two. 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. 3,500. 2,500. 3,500. 2,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 4,500. 2.000 4 miles Flaps 3 Flaps full So, da ich jetzt manuell fliege Kann ich nicht mehr so gut auf den Chat achten 100 above 500 Minimum Continue 400 300 200 100 50 40 30 20 Retard Retard Ey, warum leckt der das jetzt so? Das war mies Das war jetzt bestimmt keine tolle Landung, weil das so geleckt hat Ach, ich weiß, warum es geleckt hat Der war hier unten am Kringeln, der hatte irgendein Problem mit der Verbindung Das ist natürlich ätzend Ah, komm Ja, ich weiß, warum es vielen? Jetzt geht es mal hier unten Ich weiß, was gerade noch ein oder? Ja, ich weiß, warum es so geht? Oder diezza sind ne? So, einmal den kompletten Airport zurück bitte. Naja, fast komplett und dann dort links hin. Das ist übrigens eine Freeware-Scenary hier. Habe ich mir auch vor dem Flug runtergeladen, fand ich eigentlich ganz schick und da habe ich mir gedacht, dass das ja vielleicht eine gute Idee sein könnte. Will ich mir jetzt eigentlich die Landerate auf Volanta angucken? Ich glaube nicht. Wir haben uns ein bisschen Gas geben, sonst verlieren wir hier zu viel Speed. Nein, ich arbeite nicht für eine Airline. Ich habe auch nie für eine gearbeitet. Ich bin tatsächlich nicht im Bereich Luftfahrt tätig. Ich vermute mal tatsächlich, dass die Landung ziemlich kacke war, weil das halt angefangen hat so blöd zu lenken. Das war wirklich nervig. Ja, Volanta sagt minus 501 Fuß pro Minute. Also kann halt tatsächlich sein, dass das richtig kacke war. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon vermutet. Aus genannten Gründen. Ja, Stefan, das würde dann zutreffen, wenn man auf einem größeren Platz ist. Airport ist, aber hier ist das nicht so. Also klar kann mal sein, dass hier ein bisschen mehr los ist, aber im Normalfall hat man auf solchen kleineren Airports eigentlich nicht solche Probleme. Aber im Großen und Ganzen hast du recht, ja. So, dann geht das jetzt hier links rum. Wenn man innen die Rasten nicht hört, dann passiert das. Okay, gut, dann bleiben wir jetzt einfach so stehen. Wir sind ja jetzt angekommen. Und damit herzlich willkommen in Hervey Bay, Australien. Ja, wollen wir uns jetzt diese Terrorlandung nochmal angucken? Wollen wir uns das wirklich geben? Ich habe sie jedenfalls aufgezeichnet. Na ja, erstmal würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze auf Ollanta mal an. Na, das hier war unser Flug. Von NuMeer, hier sind wir gestartet. Ich habe leider am Anfang vergessen zu tracken, ist auch nicht ganz so wild. Na, einmal hier lang, da sind wir runter. Das war eigentlich mehr oder weniger ein gerader Approach. Dann sind wir hier gelandet. Die Landung war hier getrackt mit 501 Fuß pro Minute. Was mich allerdings auch nicht wirklich wundert, denn wie gesagt, das war ja wirklich sehr laggy da. Soll keine Entschuldigung sein, aber im Märchenleben wäre sowas nicht passiert. Ich habe hier übrigens aus Versehen den Flieger da genommen. Das war es eigentlich auch nicht, was ich wollte. Jetzt beenden wir das Ganze mal. Dann können wir nämlich mal schauen, was wir hier verbrannt haben. Wir haben 5.014 Kilo. Das war auf jeden Fall interessant. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Wiederholung an. Neben dieser interessanten Flieger. Die wirklich shit ist, by the way. Also für so einen kleinen Airport. Finde ich das nicht schlecht. Ich mag es übrigens eigentlich auch, zu so kleineren Airport zu fliegen. Und nicht immer nur so zu den großen Mainhubs oder sowas. Sondern auch zu den kleinen. Das macht eigentlich Spaß, weil da hast du etwas kürzere Bahnen. Das ist etwas anspruchsvoller. Und es ist immer was anderes, als wenn man nur zu den großen Airport zu fliegen. Und so viel los ist. Okay. Dann einmal disconnecten. Das machen wir mal weg. Schatz können wir vorher zumachen. Und dann würde ich sagen, machen wir einmal ein Replay. Kausieren wir dann einmal. Gut, gehen hier hin. Sagen wir Zoom. Ja, wir gucken uns das Ganze natürlich einmal aus der Passagiersicht an. Und natürlich auch, das ist ganz wichtig dabei auch, aus der Außenansicht. Das allerdings dann später. So, welche Sicht nimmt man denn beim Besten? Ich glaube, wir nehmen mal die hier. Die ist schön. Und das ist schön. Vielen Dank. 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 Das letzte hier, mit dieser Wiederholung melde ich mich dann für heute ab. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr heute alle dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch beim nächsten Stream dann wieder begrüßen zu können. Wann der ist, weiß ich noch nicht. Wird allerdings nicht in allzu ferner Zukunft sein. Wir wollen uns ja auch noch mal die V2 vom Phoenix 320 angucken. Und so ein paar andere Sachen machen. Vielleicht auch noch ein bisschen im Pazifik oder Australien rumfliegen. Das ist, wie gesagt, ist das, wie gesagt, ist allerdings erstmal noch Zukunftsmusik. Wir schauen mal, wie sich so die Zukunft entwickelt, wie das mit der Phoenix V2 funktioniert und so weiter. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen sonnigen Rest Sonntag. Macht was draus. Kommt gut in die neue Woche. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.